Herzlich Willkommen zur Frankenjura Dude Rock Show. Das pikante Spargeldorf Kessel am Niederrhein mit keinerlei Felsen ist seine Heimatstadt. Aber bereits mit zwölf Jahren fand er es schon sehr, sehr cool, mit Lycra-Legends in die Schule zu gehen. Seine Leidenschaft für das Survival à la Rüdiger Neberg und für die Helden aus dem Rotpunkt-Magazin fanden hier ihren Anfang. Aus Freibädern konnte man sich Seile beugen, Klettergurte aus Sicherheitsgurten von Autos bauen, aus Drahtseilen entstanden sogar Trittleiter. Mit dieser Ausrüstung war keine Brücke und keine Rissspur mehr vor ihm sicher. Das Abenteuer Klettern hatte für ihn begonnen und bis bis heute hat er nicht mehr losgelassen. Nach dem Fotodesign-Studium in Bielefeld wechselte er ins damals legendäre Klettermecha Frankenjura. Mit der Produktion von Kletterfilmen wie Low Cut, Eye Climb oder Made in Germany, übrigens einige davon auf Videokassette und auch auf DVD, ja damals erhältlich, verdiente er sich Geld. Sein Motto als Fotograf und Filmemacher, zeige nicht, wie es aussieht, zeige, wie es sich anfühlt. Im Frankenjura angekommen, konnte er auch einige Erstbegehungen verzeichnen. Das Wichtigste aber war ihm mit positiven Menschen draußen eine gute Zeit zu haben. Ein Satz von ihm, die positiven Vibes sind das Allerwichtigste. Im Jahre 2011 startete er die, ich finde schon legendäre Boulderhalle Kaffeekraft und ließ damit auch die Erinnerung an das namensgebende Café in Rupprecht-Stegen weiterleben. Ich habe ihn als einen herzlichen, humorvollen, offenen und sehr, sehr interessierten und im sehr positiven Sinn gemeinten, neugierigen Menschen kennengelernt. Er hat klare Werte und Ehrlichkeit ist sicherlich einer davon. Jetzt könnte man denken, keinerlei Marotten, aber weit gefehlt. Die Zustiege zu Kletterfelsen werden häufig ab mehr als ca. sieben Minuten als deutlich zu lang eingestuft. Auch munkelt man, er zieht lieber Kletterschuhe vier Nummern zu klein an, als, wie am Flyerwasserfall, die eigenen Kletterschuhe aus dem Auto zu holen. Harte, lange Wegstrecken über 500 Meter sind nicht unbedingt sein bevorzugtes Betätigungsfeld. Das stimmt. Er ist kreativ, leidenschaftlich und ehrlich interessiert an Menschen. Sein Idealbild im Leben könnte man vielleicht so beschreiben, Happy-House-Musik auflegen und Spaß beim Klettern. Ich freue mich wahnsinnig auf einen fantasievollen, ideenreichen und herzlichen Menschen. Willkommen, Hannes Hoch. Danke, Jürgen. Hi, Hannes. Das ist ein geiles Intro. Das freut mich. Ja, das ist. Lass uns doch gleich mal beginnen. In dem Speigeldorf Kessel, da gibt es nicht so wirklich viele Felsen. Nee. Wie bist du da als, ich sage mal, ausgebildeter Pfadfinder in Richtung Klettern gekommen? Ja, also es gibt einen Felsen, den hat die Steinzeit angespült. Das ist das sogenannte goldene Kalb. Das ist ein Kiesel, der ist 1,20 Meter hoch. Und ohne Witz, wir haben wirklich versucht, ob wir nicht irgendwie einen One-Move-One an diesem Kiesel, der da mit einem Liegestart. Aber das goldene Kalb kann man besichtigen, es eignet sich nicht zum Klettern. Genau, ich war bei den Pfadfindern und hatte das Riesenglück, einen drei Jahre älteren Menschen dort bei den Pfadfindern kennenzulernen, mein Freund Robert Burke. Und der war ein bisschen crazy drauf und wir wollten einfach etwas mehr machen, als er bei den Pfadfindern erlaubt ist. Also wir waren zwar wirklich eine super Truppe, aber nichtsdestotrotz muss man sich ja bei den Pfadfindern im Rahmen der Gesetze bewegen, weil wir ein offizieller Verein waren und außerdem auch noch ganz katholisch und haben immer gebetet, da darf kein Gesetz gebrochen werden. Und deswegen, genau, hat er nämlich letztendlich damit angefangen, das Survival-Training, also das Überlebenstraining, sich so ein bisschen mehr auf die Fahnen zu schreiben. Und aus Gründen, die mir fast immer noch irgendwie nicht ganz nachvollziehbar sind, hat er mich da mitgenommen. Wie sah so ein Survival-Trip aus? Ja, erzähle ich dir gleich. Und grundsätzlich, wenn man selber 15 ist, finde ich, dann fühlt man sich schon fast als Jugendlicher und da einen Elf- oder Zwölfjährigen mitzunehmen, ist echt ungewöhnlich. Also da bin ich dem Robert, wenn du das hier siehst, danke Robert, wirklich bis heute unendlich dankbar für, weil wir eine coole Gruppe waren, da kam dann auch später noch ein Dritter dazu und wir haben es dann sogar geschafft, uns über fünf Jahre jeden Tag in einer, also einen festen Wochentag zu treffen. Naja, und grundsätzlich gingen wir natürlich ständig von dem Fall aus, dass dein Flugzeug nach wo auch immerhin auf einer Insel abgestürzt ist und dann geht halt der Überlebenskampf los. Du brauchst also ein Skillset, was dich absolut unangreifbar macht und du musst natürlich Feuer im Regen machen können. Lass mich kurz einhaken, Hannes. Die drei wichtigsten Dinge, die du nach dieser Erfahrung auf eine einsame Insel mitnehmen musst, lass uns teilhaben. Was wären die? Auf jeden Fall ein Feuerzeug, ein Messer. Vielleicht eine große Plane. Ich glaube, das reicht für das NASA-Spiel schon aus, oder? Dass man da gut vorne dran ist. Ja, also mit einer Plane kann man sich ein Boot bauen, ein Dach bauen, man kann sich reinwickeln, man kann Wasser auffangen, man kann so viele Dinge mit einer Plane machen. Ein Messer ist schwer zu ersetzen und wer selber mal versucht hat, Feuer zu reiben, weiß, wie super schwer das ist. Also wir haben es einmal probiert, völlig glücklos und waren dann so frustriert, dass wir am Ende den Stab, der also in das weiche Holz sich drehen soll, Entschuldigung, das ist harter, der Stab ist weich, den haben wir dann in eine Bohrmaschine reingesteckt, weil so schnell kann natürlich keiner ins Drehen. Aber ging es mit der Bohrmaschine dann? Selbst dann hat es nur gequallt. Schwierig, ne? Also es muss echt warm sein, es ist auf jeden Fall sauschwer. Genau, und da haben wir halt dies gemacht und jenes gemacht und man muss ja auch, weil man ja rein theoretisch beim Flugzeugabsturz auch in einen Canyon landen könnte, der rundum gesäumt ist von Felswänden, auch irgendwie schaffen, entweder Felswände hochzuklettern oder wie unser Held Rüdiger Neberg, Gott habe ihn selig, auch immer betonte, dass man eventuell eingebuchtet wird in einem fremden Land, was also nicht nach deutschen Gesetzen funktioniert und du musst also aus dem Gefängnis fliehen. Und dann sind natürlich auch Kletterfähigkeiten ganz wichtig. Genau, und der Robert, der hat einfach gesagt, komm, was haben wir denn hier? Felsen, offenbar keine. Ehrlich gesagt, hätten wir uns schon die Finger geleckt nach einer Natursteinwand oder Brücke, die gab es aber auch nicht. Kannst du auch nicht? Ich habe sogar in späteren Jahren, bin ich wirklich mit meinem guten Kletterfreund Bodo Borm, den bouldernden Biologen aus Bonn, hallo Bodo. Oh, was war die schöne Alliteration. Die Alliteration meines Lebens. Haben wir sogar Ausflüge gemacht an Orte, wo es Natursteinmauern gibt. Also was für viele sonst ja irgendwie so, naja, wir haben nichts anderes, egal. Genau, und der Robert aber, der hat halt gesehen, naja, unsere Brücken hier, die haben auch ein paar Spalte und da konnte man auch so Gumminoppen aus Röhren ziehen. Die waren, glaube ich, da, um irgendwie den Beton elastisch zu halten, ich weiß es nicht. Genau, und da haben wir dann sogar in späteren Jahren knallharter ein Fingerloch-Boulder gemacht. Und letztendlich, da könnte ich ewig drüber reden, aber das will keiner wissen, haben wir relativ schnell gemerkt, dass das Klettern von der ganzen Sache schon einfach am meisten Spaß macht. Also ein Wochenende im Winter mit einer Rettungsdecke und ohne Essen, da ist man dann irgendwie ein Held, wenn man wieder zu Hause ist und in den Spiegel guckt. Und ich denke, jo, ich bin schon echt eine harte Sau, aber de facto macht das ja, ist, die Erfüllung ist nicht so hoch. Ne, der Spaß ist nicht so da. Es gibt ja die, 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 die Tommy Caldwell'sche Fun-Skala und die hat drei Stufen und die besteht aus Fun while you're making it oder doing it, also Spaß, während man etwas macht, Fun after you achieved something, also danach freut man sich halt, super, oder No fun at all. Das ist die Fun-Skala von Tommy Caldwell. Und das war zum Teil schon eher so, dass man, dass ich so danach dachte, aber echt ein krasses Abenteuer, aber ganz ehrlich, so viel Spaß hat es nicht gemacht und das war halt mit dem Klettern anders. Was waren da anders? Ne, es war halt einfach, es war natürlich viel relaxter. Ne, wir sind auch, wir sind auch total viel da rumgewandert. Da ist ein ziemlich großes Waldgebiet, der Reichswald, direkt vor unserer Haustür. Ne, und wie du schon im Intro gesagt hast, ich laufe einfach nicht so wahnsinnig. Auch wenn es natürlich wichtig ist, die konditionellen Fähigkeiten zu trainieren, um ein sicheres Gebiet zu erreichen, aber ich fand einfach das Klettern, da habe ich direkt gemerkt, es macht mir einen Riesenspaß und wir haben dann auch netterweise von unseren Eltern, die haben uns das ermöglicht, sind wir auch zwei, dreimal im Jahr in die Eifel gebracht worden. Die war so zwei, drei Stunden weit weg. Und da hatten wir dann am Anfang eben das Seil dabei, was der Robert aus dem Freibad geklaut hatte. Das hatte eine Gebrauchsdehnung von 100 Prozent. Das war ein richtiges Bungee-Signal. Ja, und du hast dich im Topraub reingesetzt in vier Metern Höhe und standst wieder auf dem Boden. Und wir haben halt diese Gurte, die hatte er gebastelt aus Sicherheitsgurten, weil sein Vater eine Kfz-Werkstatt hatte. Und aus den Schrottautos hatte er die Gurte rausgezogen und hat die dann mit fetten Unterlegscheiben und Schrauben tatsächlich verschraubt. Ganz skurrile Produkte waren das. Die waren aber schott gehalten. Und waren die dann jetzt zum Beispiel an dich angepasst oder war das mehr so eine Universalgröße? Nein, angepasst. Also individualisiert kann man es nicht direkt erinnern, aber es ging schon irgendwie. Es konnte sich reinsetzen. Ja, aber es ging schon. Und er hatte natürlich auch Zugang zu Stahl. Also er hat Haken selber geschmiedet. Und dann hatten wir diese brutal schweren Fangkarabiner noch dabei. Und ich weiß nicht, man hätte natürlich auch einfach in irgendeinem Laden was kaufen können, aber ich... Aber es ist ja nicht so richtig Survival-mäßig. Nee, eben. Es war halt auch so ein Rüdiger Neberg-Ding. Also bau dir dein Messer selber, bau dir das selber und just dort war es natürlich ein bisschen... Also ich weiß nicht, wie geil ich das fände, wenn das mein Sohn machen würde, weil da geht es ja auch irgendwo um Sicherheit. Aber wer wissen will, ob wir es überlebt haben, es haben alle überlebt. Ja, auf jeden Fall ist es witzig, wenn man sich die Bilder anschaut. Für mich ist es witzig, ich finde es total geil, weil es war echt abenteuerlich. Wir sind da völlig ohne Topo durch die Gegend gestolpert und haben uns da in Risse reingequetscht. Genau, Bauhelme hatten wir noch und haben da irgendwie Dreier geklettert, die, glaube ich, objektiv relativ gefährlich waren, weil sie ultramies gesichert waren. Und dann mit einem Bungee-Seil. Dann mit einem Bungee-Seil und drei Normalhaken. Aber natürlich bewundere ich oder beneide ich auch Leute, die heutzutage in einer Boulderhalle anfangen, die total schnell gut werden. Für alle jungen Zuschauer kann ich nur sagen, dass in den 80er Jahren, also gerade für die männlichen Zuschauer, dass da der Frauenanteil, der lag so eher bei 100 Männern und einer Frau. Und deswegen konnte auch jede kletternde Frau sich damals eigentlich ihren Partner bunt aussuchen, weil alle natürlich scharf drauf waren, mit einer Klettererin zusammen zu sein. Das waren einfach echt, obwohl es nicht so lange ist, total andere Zeiten, aber halt mega Abenteuerzeiten. Und das war, da bin ich irgendwie happy, dass ich das mitgekriegt habe. Ganz kurz nochmal zur Eifel. Okay, also ihr habt das Bungee-Seil, ihr habt Gurte. Welche Kletterschuhe habt ihr für Wende? Die hatten wir nicht. Also ihr habt einfach gesagt, barfuß? Ne, wir sind in Turnschuhen. Also ich hatte die TRX-Trainer meines Bruders an, weil ich hatte schon recht früh größere Füße als mein Bruder. Und habe dann vorne, das war so ein Nockenschuh, die Adidas TRX-Trainer und habe dann so ein bisschen die Noppen abgefeilt. Und die saßen eng und tatsächlich habe ich es, obwohl ich wirklich null talentiert bin, es damit in den siebten Grad geschafft. Ich glaube, ich habe vier Jahre mit Turnschuhen geklettert. Ja. Das sind natürlich die Kiesel in der Eifel vielleicht ganz vorteilhaft. Die sind ganz vorteilhaft. Ja, die sind tendenziell nicht so super, super mini. Die sind halt wahnsinnig rutschig. Ja. Aber, ne, das war irgendwie alles self-made. Genau, das Jog, das war auch echt, das war schwierig zu bekommen. Da haben wir oft am Anfang die Kreide aus der Schule geklaut. Das kenne ich auch. Und die dann halt auf der Holzreibe. Funktioniert aber auch nicht so richtig. Hannes, noch ganz kurz. Okay, ich nehme nochmal das Banshee-Seil. Also Banshee-Seil, das hat schon irgendwann, hat es schon gehalten. Wir haben es damit auch abgeseilt. Also man hat sich nicht oben reingesetzt. Eine extreme Dehnung. Es war wirklich, ja, irgend so ein... Habt ihr dann oben einen Top-Roop eingehängt? Wir hatten, wir sahen das auch. Oder seid ihr einfach todesmutig? Ich glaube, wir sind da todesmutig tendenziell vorgestiegen auf den Gipfel. Dann wurde am Gipfel nachgesichert. Da stehen oft so Kiefer, kleine Kiefern auf den Gipfeln der Eifelfelsen. Und dann kam natürlich das größte Vergnügen, insbesondere im Sommer, mit kurzer Hose und T-Shirt. Dann haben wir uns abgeseilt in den Dülfersitz. Und wer den Dülfersitz nicht kennt, man nimmt das Seil, setzt sich rittlings aufs Seil drauf und fädelt das dann hier vorne einmal lang, hintermals. Genau, vor dir über die Brüste. Genau, und dann hier so um den Hals rum. Und wenn man das eben in der Horizontal macht, dann denkt man sich, oh ja, das geht schon irgendwie. Nur die Reibung ist groß. Es geht ja darum, Reibung zu erzeugen, dass man es halten kann. Ja, aber spätestens, wenn du dich irgendwie nur eine 80 Grad steile Platte abseilst, hast du das Gefühl, du sägst dir den Hals ab. Das ist echt die Zitat. Ich hatte die schlimme Erfahrung mal im Frankenjura. Da bin ich auch, wollten wir unbedingt im Dülfersitz abzeilen. Das war am Gotzenberger Turm oder Gotzenberger Wand, entschuldige. Und genau über dieses Dächchen drüber. Und im Senkrechten, wie du sagst, ging es noch. Hat aber auch schon echt an der Schulter. Hat echt Auer gemacht. Und dann hängst du die letzten vier Meter in einem Dächchen völlig frei. Und die tun dann richtig weh. Ja, du fallst dich zusammen und du lässt dich, also einerseits willst du natürlich den Schmerz so schnell es geht loswerden. Aber andererseits geht es einfach nicht. Und du lässt dich dann so in so einem Zentimeter-Ding und wirst irgendwie immer kleiner. Ja, aber es war cool. Echt, war wirklich eine coole Zeit. Also das waren die Kletteranfänge. Und danke sozusagen jemandem, der nicht gesagt hat, du bist mir zu klein. Weil drei Jahre Unterschied sind zu der Zeit. Ja, voll. Und vor allen Dingen auch danke, muss man echt mal sagen, für diese Vision. Weil, also ich weiß noch, wie mich manche Leute geradezu warnen. Ach, der Robert ist doch irgendwie, er ist doch ein kleiner Spinner oder so. Ich meine, der hat dann auch manchmal so Sachen gebracht, dass er halt an so einer hohen Brücke übers Geländer balanciert ist, während alle Autofahrer gehubt haben. Wie blöd. Ja, aber wie sagte schon der Professor Weineck, der Professor von Güllich mal bei einem Interview mit mir irgendwie, es sind eben nicht die, es sind nicht die Otto-Normalverbraucher, die die Welt verändern, sondern eben die crazy people, die halt irgendwie sich wirklich was trauen. Und das ist witzig, dass du auch so jemanden kennengelernt hast. Ich hatte zu meiner Glitterzeit, da bin ich schon ein paar Jahre geglittert, aber da hatte ich dann auch jemanden kennengelernt aus Neumarkt. Auch wirklich ein wilder Vogel, hat auch, keine Ahnung, beim Skifahren, hat ja wildes Distanz gemacht. Und einmal hat er gesagt, wenn wir zum Klettern fahren, dann übernimmst du was Steuer. Und ich weiß. So, und dann sind wir damals auf der zweispurigen A9 gefahren. Und dann krabbelt er wirklich aus dem Auto raus und sagt, kannst du mal bitte jetzt das Gas drücken? Okay. Und ich habe gesagt, das kann jetzt nicht wahr sein, der ist halt wirklich außen drauf. Und dann hat er gesagt, und jetzt rutsch rüber. Und dann ist er auf der Beifahrerseite rein. Also wirklich völlig verrückt. Okay, so verrückt war es, dann rutscht nicht. Und aber tatsächlich war es da auch so, solche Leute, die haben dann auch so was ausgestrahlt, so, ja, probier es, komm, mach mal. Also genau solche verrückten Sachen. Einige sind zu verrückt, uns beide wahrscheinlich. Aber ich fand es auch faszinierend damals, dass du jemanden hast, der einfach gesagt hat, oh, das geht. Ja, und der vielleicht auch nicht immer hunderttausendmal um Erlaubnis fragt. Sondern sich lieber mal entschuldigt. Ja, sondern sich wirklich was traut. Und letztendlich, kennen vielleicht nicht alle Leute, aber Rüdiger Neberg, ein großer, toller Abenteurer, leider verstorben 2020. Der hatte damals auch ein super Buch rausgebracht, Let's Fetz, heute beginnt der Rest des Lebens. Kam später nochmal raus als Abenteuer vor der Haustür. Das, also ein besseres Buch hätte ich als Kind nicht finden können. Halt ein Mensch, der einen animiert, eben die ausgetretenen Pfade zu verlassen und eben ein Abenteuer vor der Haustür zu suchen. Und also gerade in heutigen Zeiten, wo, glaube ich, vielen irgendwie so echt alles hinterhergetragen wird, war das, denke ich, war das so geil, irgendwie diese Neberg-Bücher zu lesen, der halt gesagt hat, ja, es gibt wirklich keinen Grund, der dich davon abhalten könnte, irgendwie keine Abenteuer zu erleben. Weil es eben nicht vom Geld abhängt oder sonst welchen Möglichkeiten, sondern das muss man halt einfach machen. Und du musst offen dafür sein. Du musst offen dafür sein. Und natürlich ist es immer leichter, wenn du jemanden hast, der dich da irgendwie mitzieht. Ja. Ja, das war der Beginn des Kletterns. Ich kann es mir vorstellen, an Brücken und an Fingerlöchern in Rissen, okay. Ja, in einem, muss ich noch sagen, in einem Zeitungsartikel, der mal irgendwann kam, weil irgendein Reporter hatte mich da gesehen, irgendwie an so einer Brücke. Mit Lycra-Leggings. Mit Lycra-Tides, ja. Die hat mir mein Onkel gekauft von Arena. Und da ganz kurze Empfehlung, Leute, rockblog.de ist tatsächlich dein Blog. Und da kann man den Hannes auch in Leggings sehen. Ich fand dir wirklich, also wie du schon im Intro gesagt hast, ich fand es tatsächlich so cool, dass ich dich in der Schule angezogen habe. Komisch, dass ich keine anderen Freunde hatte, außer dem Robert und dem Bodo. Egal. Aber ich kann dir sagen, Hannes, ich habe mich damals nicht getraut, dich in die Schule anzuziehen. Aber es sind mal damals Dias noch aufgetaucht, wo man dann mich auch gesehen hat an einem fränkischen Überhang mit Cowboy-Hill, Sonnenbrille und einer Lycra-Leggings komplett bunt. Ich glaube, es war sogar eine nach der Schneider-Art, wie du sie hast. Ja, ich fand es natürlich mega geil. Ich meine, Kurt Albert und Wolfgang Gülich sind auch die ganzen Senni in Lycras rumgerannt. Daher haben wir es doch, oder? Hallo, also ich meine, irgendwie was die tragen, kann ja nicht uncool sein. Auf jeden Fall stand in diesem Zeitungsartikel dieser schöne Satz, Hannes Hoch klettert dort, wo der Nicht-Kletterer nur fliegen vermutet. Und das war eben, das stand unter diesem Bild, während ich so ein Foto mache an irgendeiner Brücke am Niederrhein, ja. Cool. Hast du das Bild noch? Ja, ja. Kann ich verstehen. Ist auch ein wirklich legendärer Artikel, ist sehr witzig. Okay. Klasse. Und dann hast du Fotodesign studiert. Ja. Wie kam es dir dazu? War einfach so. Nö, also grundsätzlich irgendwie so Fotos gemacht, habe ich schon immer ganz gerne. Ich komme mir jetzt aber überhaupt nicht vorstellen, das irgendwie beruflich zu machen. Nur war ich ja, ich fasse kurz, ich war auf der Realschule zunächst, wo es eigentlich ja normal war, damals zumindest, dass man eine Ausbildung macht. Also ich hatte überhaupt nicht im Kopf irgendwie Abi zu machen. Oh, dann fiel mir echt partout nichts ein. Dann habe ich eher aus Not, habe ich mich da durch die Oberstufe gequält. Das war irgendwie echt ein mittlerer Traum, weil das Niveau doch sehr anders war als auf der Realschule. Das war schockierend. Und genau, und dann habe ich nämlich durch eine gute Freundin, sozusagen meine Beste, hallo Kathi, die hat mich dann nochmal in die Schuldunkelkammer geführt. Also da hatte ich das Gymnasium schon verlassen, die war zwei Stufen unter mir. Und da habe ich irgendwie gemerkt, das ist ja total geil, wenn man diesen ganzen Prozess irgendwie noch steuern kann vom Entwickeln. Da habe ich dann so ein bisschen mehr voll. Richtig analog, ne? Ja, mega analog. Und genau, also da war Digitalfotografie noch nah, wobei, stimmt gar nicht. Ein Jahr später gab es die ersten, 96 gab es die ersten. Genau, und dann habe ich, wie schon zu Realschulzeiten, meinen x-ten Lauf zum Berufsinformationszentrum angetreten. Was könnte ich machen? Ich muss doch von irgendwas leben. Weil ich nämlich lange Zeit dachte, ah ja, ich will einfach nur so ein Typ sein wie der Kurt Albert und so ein bisschen so jobben und cool klettern gehen. Und dann habe ich aber von meinem Zivildienst aus Gründen, die ich hier nicht näher ausführe, habe ich zwei Monate in einer Lampenfabrik gearbeitet. Und da hatte ich vorher auch schon ab und zu mal eine Woche gejobbt, was echt okay ist, weil ich glaube, einen Scheißjob kann man immer eine Woche lang machen. Aber zwei Monate, da kriegst du echt ein ganz anderes Gefühl. Und da ist mir zum ersten Mal gedämmert, das ist aber auch irgendwie ätzend. Weil das Fiese ist ja auch noch, dass die Kackjobs auch noch total mies bezahlt sind. Also es ist eine doppelte Strafe. Genau, und dann war ich nämlich mal wieder im Berufsinformationszentrum, wo ich mir sonst immer nur den Sprengmeister oder den Bundesgrenzschutzfilm angeguckt hatte, weil dann bis zuerst es passierte. Die konntest du schon auswendig erzählen? Die konnte ich schon, ja, ja, genau. Also gerade der Sprengmeister, ja, ja, jetzt drückt er wieder das Ding und buff. Genau, und dann habe ich irgendwie den Clip des Fotodesigners angeschaut. Und also ich weiß nicht mehr, ob mich meine Erinnerung da trügt, aber es war echt ein grottenlangweiliges Video, wie irgendein Typ im Studio einen Apfel fotografiert. Also es ist voll langweilig, aber irgendwie habe ich gedacht, ah, das sieht ja nicht total furchtbar aus. und habe dann eine tolle Praktikumsstelle in Düsseldorf gefunden und hatte da ein Riesenglück. Hallo, Peter. Welcher Peter ist gemeint? Peter Dey von den Affektstudios. Und ohne den hätte ich es niemals auf eine FH geschafft, weil du musst ja so eine Eignungsprüfung machen. Und mit dem Schund, muss ich wirklich sagen, den ich da bislang fabriziert habe, hätte nämlich da in Bielefeld nie genommen. Und er hatte selber dort studiert. Und das war echt ein Megaglück. Den hatte ich auch über einen Kletterer wiederum kennengelernt. Ah, okay. Ja, das Klettern hat letztendlich alle Türen geöffnet. Ja, schon spannend, oder? Weil es war jetzt ja nicht so, dass du gesagt hast, das ist der straight way to go. Hier, Schule ist klar, danach mache ich das. Nee, null, ich war eher lost. Also ich war eher so, fast schon so ein bisschen an der Verzweiflung dran. Irgendwie so, oh, was soll ich denn machen? Und irgendwie, also ich, ein Berufsberater hatte mir zum Beispiel vorgeschlagen, er hatte meine Vorlieben irgendwie, die sollte ich ankreuzen. Und dann kamen so Vorschläge wie, ich könne ja Tankwart werden. War wohl mein Ausbildungsberuf. Ja, war es wirklich. War es wirklich mal, ich meine, tatsächlich war ich später in Bielefeld ein halbes Jahr Tankwart bei Mr. Walsh, ein ehrenwerter Beruf, den ich im Bordeauxfarbenen Blouson mit Krawatte und weißem Händen ausgeführt habe. Schon eine prägende Erfahrung. Schon eine prägende Erfahrung. Oder Bibliothekar, und da habe ich auch gedacht, ja, ich mag zwei Bibliotheken, aber ich, da war ich auch echt in Tränen, aber ich dachte, ich will weder Tankwart noch Bibliothekar werden, aber ich hatte echt so null Ideen. Ja, aber dann? Dann bist du zur Fotografie sozusagen. Dann bist du zur Fotografie gekommen, genau. Und auch zum Studium. Aber wie bist du dann vom Studium zum Frankenjura gekommen? War das Zufall? Nee, nee, gar nicht. Ich habe 1990, da währte meine grandiose Kletterkarriere schon vier Jahre, habe ich einen Kletterkurs der Rotpunktschule besucht. Also in der, damals gab es ja für die jüngeren Zuschauer unvorstellbar, aber es gab kein Internet. Oh Gott. Es gab kein Instagram. Wie bist du da rangekommen? Naja, über das Rotpunkt-Magazin. Was ist denn das Rotpunkt-Magazin? Also das Rotpunkt-Magazin ist das ganz große Klettermagazin, das deutsche Klettermagazin, was es von Mitte der 80er gab bis, ich weiß nicht, 93, 94? 94 habe ich definitiv noch eine Aufgabe. Ja, irgendwann wurde es dann gemorpht mit dem Klettermagazin und war dann ganz verschwunden. Und es war in den 80ern wirklich ein großartiges Magazin, große Bildstrecken, super Artikel von Tillmann Hepp, habe ich heute noch ein paar Ausgaben. Hammer. Also wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Und alle zwei Monate kam das raus, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe mich aufs Fahrrad gesetzt, bin aus dem Spargeldorf 20 Kilometer nach Kleeve gefahren, ist der Kreis Kleeve und da am Bahnhofskiosk, da haben die irgendwie zwei oder drei Rotpunkt-Ausgaben, tatsächlich schon in den 80ern. Und da sind dann damals sogenannte Anzeigen drin, mit einer Telefonnummer. Natürlich gab es auch keine Internetadresse eines Anbieters, es ging einfach wirklich für heutige Verhältnisse unvorstellbar langsam, bis man da irgendeine Info hatte, wie man dann also da irgendwo so einen Kurs machen kann. Dann hast du angerufen bei der Rotpunkt-Schule? Wahrscheinlich, ja. Und also wen am Telefon kam? Das weiß ich nicht mehr. Oder wir haben, was man auch damals oft gemacht hat, ich komme mir schon vor, wie Opa, der vom Krieg erzählt, ist, dass man da eine Postkarte hingeschickt hat, weil eine Postkarte war günstiger, und hat um Infomaterial gebeten. Kann gut sein, dass es so funktionierte. Und dann gab es einen Kurs, glaube ich, der Weg in den siebten Grad. In dem? Ja gut, du hattest ja schon Klettererfahrung. Ich hatte schon Klettererfahrung. Also du warst jetzt Advanced-Level gefragt? Genau, genau. Also ich habe täglich meine 100 Klimmzüge am Türrahmen gemacht und bin, also habe mich da irgendwie angemeldet, weil meine Mutter hat mich da angemeldet und bin dann mit dem Zug nach Neuhaus an der Pegnitz gefahren. Treffpunkt war tags drauf in Betzenstein, da an dem Gasthof, wie heißt der noch? Wenn man da durchfährt. Gasthof Herbst? Ja, genau. Und da haben wir nämlich dann wieder so eine Verbindung zur Fahrtfinderei. Also erstmal bin ich nicht im Traum drauf gekommen, irgendwie, also ich meine, ich wäre natürlich auch nicht mit dem Taxi von Neuhaus nach Betzenstein gefahren, sondern ich bin da selbstverständlich hingelatscht. Also ist jetzt auch nicht die Megastrecke, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute das mit 15 heutzutage, also mein Sohn hätte da keinen Bock drauf. Und ich sage ja, dann läuft es halt die 15. Das sind ja trotzdem, ja, gute 10 sind es, ne? Also mal locker. Ja, eher 15. Eher 15, glaube ich, ja. Und dann hatte ich auch nichts zum Übernachten und habe also dann irgendwie rund um Betzenstein so ein bisschen den Wald erkunden, innerhalb Abends war es an der Telefonzelle, früher gab es keine Handys, sondern man ist zu einer Telefonzelle gegangen, hat dann Münzen reingeworfen. Habe ich meine Mutter angerufen und meinte, ja, ich habe eine gute Parkbank gefunden zum Schlafen und meine Mutter meinte, boah, da ist ja alles super. Was ich echt irgendwie total cool finde, rückblickend, danke Mama, dass da so ein Vertrauen da war, dass die mich das irgendwie machen lassen. Ja, das ist echt spannend, dass du das sagst, weil genau mit 15 war ich mit Freunden in Sterzing, also da waren wir schon öfters mit meinen Eltern, aber wir sind dann auch fünf Tage durch die Sandhalle Alpen bis nach Bozen runter und sind dann wieder zurück. Und das auch mit 15. Und ja, wie du sagst, das war, wenn du meldest dich ja, wenn irgendwas blöd ist, dann wirst du an. Also das war schon eher so ein, ja, so ein Vertrauen, dass eher alles gut sein wird, als bitte melde dich jeden Tag, damit ich weiß, dass alles gut ist. Ja, und am liebsten schiebe ich dir ein GPS-Chip irgendwie hinten rein, damit ich irgendwie ständig weiß, wo du bist. Also ich, ja. Also an die jungen Eltern noch, meine Botschaft, das tut Kindern echt ganz gut, wenn man sie einfach auch für sich selber verantwortlich sein lässt. Ja, wenn sie Vertrauen fühlen. Ja, genau. Auf Verantwortung übernehmen. Ja, ja. Sag mal, bei wem hast du denn diesen Kurs gehabt? Bei Michael Hoffmann. Michael Hoffmann, jawohl. Ja, legendär, der dann übrigens, das war natürlich dann meine nächste Tights, der eben nicht mehr die komplett lange Tights hatte, sondern die legendären Jantik Japan-Tights mit diesen Schriftzeichen. Ja, natürlich, Jantiken musstest du haben, ja. Also ich bin auch im folgenden Winter, wo ich dann das Modell hatte in Türkis, bin ich auch im Winter natürlich mit meiner Dreiviertel-Tights in die Schule gegangen. Die habe ich auch wirklich, ja, die habe ich komplett aufgetragen. Ich habe ein Bild im Kopf, total gut. Bis echt nur noch eine Hotpants übrig war, weil die irgendwie, weil die Beine mal kürzer wurden. Ja, genau. Nee, der Michael Hoffmann hat das gemacht. Und hattest du das Gefühl, dass das schon wirklich so für dich dann der Weg in den siebten Grad war? Weil das war so angekündigt? Ja, total. Also vor allen Dingen, das war das erste Mal eigentlich, dass ich echt so, ja, nicht ganz das erste Mal, aber was ich einfach mega geil fand, und da habe ich mich wirklich auch so ein bisschen in die Fränkische verliebt, war so, ja, die Sonne scheint, wir spielen ein bisschen Hacky-Sack, dann gehen wir an den Fels, und dann gehen wir mal ein Kuchen essen, und dann gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen an den Fels. Ich fand das echt super relaxed. Also nicht sowas wie Projekt 1, Go 2, Go 3, Go 4? Nee, also das war schon auch, wir haben da auch Videoanalyse betrieben, ich habe mich zum ersten Mal auf Video klettern sehen, und dachte, also es hat komplett das Bild von mir beim Klettern zerstört, weil ich natürlich in meiner Vorstellung, war das quasi Wolfgang Güllich, nur mit meinem Kopf drauf, und dann habe ich da einen Typen gesehen, der auf irgendwie zwei Quadratmetern Fels 30 Bewegungen macht, aber irgendwie keinerlei Höhe gewinnt. Es war, ich weiß nicht noch, im originalen Café Kraft damals saßen wir und haben uns das angeschaut, und es war total desillusionierend, und ich war ja auch irgendwie, ich war ja schon auch auf Performance aus, deswegen ja die vielen Klimmzüge, aber trotzdem einfach, ich glaube es war genau, ich glaube der Unterschied zu den Abenteuern, die ich vorher mit Bode und Robert erlebt hatte, war, dass da lauter erwachsene Menschen waren, also ich war da mit Abstand der Jüngste, da war irgendein Manager aus München dabei, mit seinem fetten BMW, und es waren aber alles Leute, denen einfach das Klettern ziemlich wichtig war, ja, und die da irgendwie, die eben nicht nur klettern gegangen sind, sondern auch diesen Lifestyle, mit diesem, ah wir chillen da mal, jetzt haben wir mal einen Kuchen essen, und, boah ich habe es echt, also da kommen mir fast die Tränen, das war echt, richtig gute Zeit. Ja, es war echt, richtig mega. Lass mich doch mal nachfragen, die 100 Klimmzüge, die waren vorher nicht einfache Witz, sondern die hast du wirklich jeden Tag gemacht? Ja, also nicht am Stücken, also. Ja, ja, schon klar, schon klar, aber über den Tag verteilt, war dein Klettertraining, du, Max, keine Ahnung, auf fünf Sessions verteilt. Ja, genau, Klimmzüge, also das war ja damals das Training, wenn man ins Buch Sportklettern heute von Güllich reinschaute, dann konnte man also einerseits Klimmzüge machen, andererseits Klimmzüge, und zum Ausgleich auch nochmal ein paar Klimmzüge, er hat ja auch Routen unterteilt, also sein Routentraining bestand aus Klimmzügen an verschiedenen Griffgrößen, und ich weiß nicht, was der Balli oder der Tillmann Hepp, der immer meint, oder der Kurt, der hatte allen Ernstes, der Balli ist der Thomas Ballenberger. Genau, der Thomas Ballenberger, irgendwie, der Wolfgang hätte allen Ernstes behauptet, irgendwie, man könne die Füße eigentlich mit dem Klettern auch weglassen, oder keine Ahnung, der konnte ja schon auch sehr gut klettern. Dem bin ich uns tatsächlich mal begegnet, im Güllich 91, witzigerweise in Belgien, in einer Kletterhalle. In Belgien? Das war witzig, aber wir hatten in unserem, also wir haben nah an der holländischen Grenze gewohnt, Loro, Niederrhein, und da gab es einen Laden in Nimmwegen, die nächste größere Stadt, mit dem schönen Namen Spack Sport. Und bei Spack Sport war natürlich das absolute Wunderland, da habe ich auch meine ersten Klettershow gekauft, die Boreal Ass, und der Typ da, der war super nett, der so ein bisschen, der hat sich natürlich auch gefreut, über jeden, der irgendwie klettert, weil es gab einfach nicht viele Kletterer, also der Mensch in der Kletterfachabteilung, und der sagt uns, ey, in drei Wochen, in, Jesus, jetzt stehe ich am Schlauch, große Stadt in Belgien, Brüssel, zweitgrößte Stadt. Mir fällt es so ein. Mir fällt es so ein, auf jeden Fall meinte der, ja, da wird eine Kletterhalle eröffnet, eine richtige, und Wolfgang Güllich ist da, der ist von Boreal eingeladen, der ist irgendwie der Celebrity, und dann sind wir da hingefahren, der Vater von Bodo hat uns gefahren, und ich weiß noch, wie wir vor dieser Halle da hielten, da war kein Riesenschild, ja, könnte hier irgendwie sein, natürlich mit Stadtplan und ohne Google Maps oder Apple Maps, und dann weiß ich noch, wie der Bodo rein ist und kam zurück, Augen rotierend, irgendwie nach Luft schnappend derangiert und meinte nur so ins Auto, er ist schon da. Und dann sind wir zwei, und dann sind wir zwei, also wirklich, ich weiß nicht, mir ist echt das Adrenalin echt aus den Ohren getropft, sind wir da in dieses Café rein, und dann saß da wirklich larger than life, Wolfgang Gündig, ich konnte es nicht glauben, der war total nett, hat uns so gefragt, was wir abends machen würden, der saß da, glaube ich, ein bisschen allein noch verloren, im Posten hat sich auch ein bisschen gelangweilt, und wir konnten nur sagen, ja, unser Papa holt uns wieder ab, wer weiß, welche großartige Feier wir erlebt hätten, wo ich den Bodo, wenn er es schaut, immer noch nicht verziehen habe, wobei fast, es sind ja immerhin schon, wie viele Jahre ist es her, 33, es gibt nämlich eigentlich ein Bild von mir und Wolfgang, so Arm in Arm vor der Kletterwand, und ich war nie aufgeregter als da, als ich den Film abgeholt habe, und irgendwie hat der Bodo in seiner, aufgeregt hat den auf, nee, man macht es nicht so wie heute, mach mal zehn Bilder, das muss einfach passen, ich habe einen signierenden Rucksack, ich habe Bilder von Wolfgang an den Kunstwänden, aber das Bild von mir und Wolfgang, das, ja, das trägst du in deinem Herzen, das trage ich echt in meinem Herzen, weil ich fand das schon cool, wie super nett und liebte, da war es irgendwelchen hinterhergestolperten Youngsters, die die ganze Zeit immer nur so, so ein bisschen Groupie-mäßig sozusagen, aber es zeigt auch, wie man Idole dann einfach fasziniert betrachtet. Ja, ich bin vergöttert, und ich werde auch nie vergessen, wie ich mich da eine 6 plus hochkämpfte, an riesen Henkeln, aber durch so einen Überhang, das war ja so Brückenkletterer an solch steilen, an solch geraden, wenn natürlich nicht gewohnt, aber ich weiß, so, ich kann nicht, aber ich kann doch nicht loslassen, wenn mich Wolfgang Güllig sichert, und er hat dann so, komm schon, komm schon, ich bin gefallen, habe dann aber ganz lange den gültenden Abseilachter, mit dem er mich gesichert hat, den hatte ich bei mir, habe ihn in der Bärenschrift verloren, aber es war echt, der Tag, der war, der ist ja wie ein Rausch, also Wahnsinn. Gibt auch Motivation, sowas, ne? Ja, und einfach großartig, ein großartiger Mensch, ja. Ja, und dann warst du ja im siebten Grad, ne, durch die Glitterschule, aber du warst, bist ja immer noch durch die Gegend gefahren worden. Wie kam es denn dann, dass du immer gesagt hast, so, Fränkische ist mein Platz, wo ich hin will? Das kam, glaube ich, dann in Bielefeld, also ich habe noch in, also mein Zivilen, das habe ich noch am Niederrhein gemacht, da bin ich total oft, auch schon eigentlich in den Jahren davor, nach Holland gefahren, weil die Holländer, die waren uns in der Hallenkultur und ich würde sagen, sind uns auch immer noch meilenweit voraus, da bin ich immer nach Eindruck. Inwiefern anders? Naja, weil die halt schon ganz früh eben erkannten, dass so eine Kletterhalle nicht nur ein Ort ist zum Sporttreiben, sondern das ist einfach total schön, das Gefühl ist, um sich da zu treffen, um sein Leben dort irgendwie zu verbringen und zu relaxen und ja, dass man es einfach nett macht und Aber findest du nicht, dass jetzt schon die Hallen mehr auf dem Weg sind? Ja, 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 ich bin da auch ein bisschen hart, aber ich habe immer noch ein Fable für holländische Hallen, weil die das einfach total früh erkannt haben, dass das irgendwie einfach schön ist. Platz für die Familie. Platz für die Familie und ich weiß, ein Eindhoven, der hatte, glaube ich, 1993, 1994 schon, Entschuldigung, hatte der schon eine Fußbodenheizung bei sich drin, das war einfach total geil, da einen Tag zu verbringen und ich fand auch die holländischen Kletterer immer großartig, weil wir haben, ganz am Anfang sind wir nach Nimmwegen gefahren, der Bruder war auch so ähnlich alt wie der Robert und hatte frühen einen Führerschein, sind wir immer nach Nimmwegen gefahren und da war nämlich in einer Turnhalle eine Mini-Kletterwand mit fünf, sechs Routen oder so und da durfte man nicht mal Freitagabend klettern, aber nur die ersten 15. Also schnell sein. Schnell sein, früh da sein und ganz ehrlich, also in Anbetracht der Tatsache, dass meine deutschen Vorfahren den Holländern alle Fahrräder geklaut haben und noch mehr schlimme Dinge da angerichtet haben, fand ich das echt beachtlich, dass über den ganzen Winter zwei Plätze immer an Bodo und Hannes gingen und keiner hat gemurrt. Ohne Witz. Also das ist doch richtig nett. Also das fand ich wirklich irgendwie wachsichtig. Aber trotz der netten Holländer hat es sich nicht Richtung Holland gezogen, sondern Richtung Franken. Ja. Das ist ja sehr zerstörlich. Ja gut, ich meine, ich habe dann in Bielefeld habe ich einen netten Menschen kennengelernt, Holger Möller. Hallo Holger. Wenn du das schaust, der lebt jetzt in Australien. Oh, okay. Und das war einfach eine super Seilschaft, weil der, also grundsätzlich, ich bin in Bielefeld gelandet, weil es ganz wenig Orte gibt, wo man Fotodesign studieren kann. Also ich hatte einen Studienplatz in, ich hätte nach Essen oder nach Bielefeld gekonnt. Ja, in Essen ist die Neonazi-Dichte, glaube ich, bei 99 Prozent. Also bin ich dann lieber nach Bielefeld gegangen. Ja. Was jetzt, sorry, Bielefelder, entschuldige Julia, falls du was schaust, auch echt eine Freundin von mir, die aus Bielefeld, der näher Bielefeld stammt und die mich immer zusammenstaucht, ich soll nicht so schlecht über Bielefeld reden, was jetzt auch nicht gerade eine Traumstadt ist. Aber es gibt Bielefeld. Es gibt Bielefeld, definitiv. Und das Schöne an Bielefeld ist, da gibt es einen Steinbruch, der Halleluja-Steinbruch, in dem schon Guido Köstermeyer und Frank Milan Sykora trainiert und vor allem Gers begangen haben. Also die erste Neu-Minus im Norden ist nämlich Edelweiß im Halleluja-Steinbruch und nicht, wie fast die ganze Welt denkt, der Schulterweg im Id, weil das Edelweiß wurde vorher erst begangen. Oh. Und es ist wirklich bombenharter roter Sandstein, mega geil, um da ein paar Jahre zu verbringen. Also ich war auch definitiv öfter im Steinbruch als jetzt an der FH. Das fing mir letztes Mal auf, dass ich selbst nach vier Jahren oft noch die Tür falsch aufgemacht habe. Da wusste jemand noch nicht, muss ich eigentlich ziehen? Oder drücken? Ja, bin ich auch nicht stolz drauf, aber irgendwie hat es auch so gepasst. Das hatte geklappt, genau. Genau. Und genau, das wollte ich sagen, der Holger, der war auch ein echter Fan von Franken und wir sind total oft für drei Tage von Bielefeld aus in die Fränkische gebrettert und vor allem war der Holger ein großartiger Rückfahrer, weil ich war ja schon früher immer um 10 Uhr total müde und erst jetzt am Wochenende habe ich erfahren, dass der Zöllner dich gemacht hat im kleinen Ziegenfelder Tal. Da kamen schon wieder fast die Tränen. Auf jeden Fall haben wir dann immer unser Schnitzel gegessen mit dem Zöllner. Ich bin immer die erste Stunde gefahren und habe gesagt, oh, ich kann nicht nur. Da habe ich mich auf den Beifahrersitz, Sitz gesetzt von irgendeiner Nuckelpinne, die wir damals hatten und bin dann auf dem Kopfsteinpflaster von der, keine Ahnung, wie heißt es, der Stabenhausstraße wieder aufgewacht, halb zwei morgens in Bielefeld und dachte so, oh. Geschafft. Ja, vor allem, was habe ich für einen geilen Fahrer, der einfach hier... Ja, das ist schon gut. ...männlich, durchzieht und nicht die ganze Zeit jammern, so wie ich das mache. Und irgendwann habt ihr zwei dann beschlossen, komm, lassen wir das mit ihm fahren, ziehen wir da hin? Genau, ich bin dann da hingezogen. Ich habe dann nämlich, habe mein Diplom in Berlin fotografiert und fand Berlin bis dann eigentlich immer ganz toll, weil mein Bruder da wohnte. Hallo Henry, falls du das schaust, weil mein Bruder da wohnt und ich fand das immer cool, ein paar crazy Tage in Berlin zu verbringen. Berlin. Ja, dann habe ich da ein halbes Jahr gelebt und wie, glaube ich, jeder weiß, wenn man dann irgendwo mal wohnt, dann fühlt sich ein Ort plötzlich ganz anders an und ich weiß nicht, ich glaube schon am ersten Abend bin ich irgendwie mit hängenden Kopf in die Slalom gelaufen, auf den Bürgersteig, der einfach nur voll geschissen war von tausend Hunden und habe dann da auch ein paar Tage am Bunker da mal verbracht. Gab da... Erinnere ich mich auch noch, ja. Banane kenne ich da noch, heißt du. Banane. Also mein Highlight am Bunker war, da war ich mal das, also für die, die es nicht kennen, das sind senkrechte Wände logischerweise und dann ist über dem ganzen Bunker ist so ein Dach, also das lädt oben so aus, zwei Meter oder so, da gehen auch Touren durch und es regnete sehr stark, da war also quasi so ein Regenvorhang, man konnte aber an den senkrechten Wänden halt irgendwie rumklettern, rumboldern und ja, ich habe da irgendwie rumgehampelt an irgendwelchen geschlagenen Griffen und hatte keinen Spaß und habe dann gesehen, was macht denn der Typ da drüber? Ich dachte, da klettert der gar nicht irgendwie und da war dann halt ein Junkie, der sich gerade eine Nadel reindrückte und da habe ich gedacht, ja, das ist echt Klettern in der Großstadt und deswegen will ich hier auch so schnelles Glück wieder fliegen. Keine guten Erfahrungen. Nee, das war echt so... Also Berlin abgearkt? Total, ja. Und dann hast du einfach aktiv gesagt, komm, dann schauen wir jetzt mal in Frankien oder? Genau, ich hatte auch, also ich hatte schon zu dem Zeitpunkt auch echt ein paar ganz gute Freunde in Frankien. Das war schon über die Besuche einfach. Genau, ich bin da irgendwie ständig hingebrettert und immer einen geilen Peugeot 205 mit drei Millionen Kilometern, der Olaf, der Philipp, der Lukas, also ich kannte da ein paar Leute und hatte mich dann auch kurz, bevor ich nach Berlin gezogen war, noch in eine Erlangerin verliebt und die war dann... Olaf, Philipp, Lukas sind wer? Boah, gute Kletterer. Philipp war da, Kernerflöcher aus dem Topo, der hat viele Touren erstbegangen. Olaf Deppe, der ist mittlerweile eher in Fontainebleau ansässig und Lukas Biere war auch ein ganz starker Mensch, der viel erstbegangen und viel wiederholt hat und der übrigens auch aus Bielefeld kommt, genauso wie der Olaf, beides Bielefelder. Genau, und dann die Carmen, mit der ich dann zusammen war und ich war eh wieder total lost nach meinem Studium und dann habe ich gedacht, ja, ist ja irgendwie klar, dass ich dann nach Erlangen ziehe, wenn ich eh nicht weiß, was ich machen soll. Also ich habe im Februar, glaube ich, meine Diplomarbeit an die Wände gehängt in Bielefeld bei meinen beiden Professoren Kalle Holzhäuser und Wilhelmina Hörnöcken, die immer so ein tolles Gauderdeutsch gesprochen hat, die kamen nicht mehr aus Holland und jedes Mal, wenn sie irgendwas gesagt hat, war es einfach total witzig, weil sie eben dieses Gauderdeutsch so perfekt drauf hatte und genau, und ich habe mich aber nach meinem Studium, also ich hatte so null Selbstbewusstsein, ich bin witzigerweise, da denke ich immer wieder drüber nach, nicht mal auf den Gedanken gekommen, zu versuchen, damit irgendwie Geld zu verdienen. Echt? Ganz komisch. Obwohl ich auch ein paar Jahre in Bielefeld assistiert hatte bei einem, der dort studiert hatte, Hallo Frank, bei dem habe ich wirklich viel gelernt, wie das eigentlich so funktioniert, aber... War ja schon so ein bisschen divergent, du hast viel Zeit eben nicht im Hörsaal verbracht, sondern Klettern war schon als, nennen wir es mal Virus, einfach in dir und hast gesagt, ich will halt auch viel klettern. Und da ist halt für den Rest im Leben vielleicht manchmal nicht so viel Platz zu der Zeit. Ja, also es ist eher, ich meine, wenn man irgend so eine krasse Leidenschaft hat, ist das letztendlich sowieso der größte Karrierestopper. Also alle Leute, die ich so kenne oder denen ich folge oder die ich auch zum Teil bewundere, die in irgendwas besonders gut sind, naja, also, soweit ich deren auch Privatleben kenne, ist da eben nicht... Nicht voll Fokus auf... Nicht voller Fokus auf Schachspiel oder was weiß ich was, wofür man irgendwie eine große Leidenschaft entwickeln kann. Ach ja, hat ja trotzdem alles geklappt irgendwie. Ich wollte gerade sagen, und du hattest Leute hier schon, die du gekannt hast, aber sag mal, das interessiert mich schon. Uns Franken sagt man ja nach, dass wir eine gewisse Abgewandtheit gegenüber auswärtigen Personen haben. Hattest du das so empfunden? du bist fast nicht willkommen. Fast alle, die ich kannte, waren ja zugezogen. Wobei es just die Bielefelder auch nicht gerade die weltoffensten und herzlichsten sind. Also, geht so. Also, ich frage jetzt dich da drauf ab, bist du schnell dann in so eine Art Kletter-Community? Nein, schon. Also, ich fand das, natürlich fand ich, es ist total geil, das waren ja alles Leute, die haben noch studiert. Also, ich war irgendwie, das wurde mir auch erst später bewusst, dass ich der Einzige bin, der einen fertigen Berufsabschluss hat, während alle noch studiert haben. Und das Geile war ja, dass man, also, ich würde mal sagen, vielleicht bis 2005, nun war ich, würde ich sagen, und alle, die in diesem Zirkel waren, in der glücklichen Lage, dass man Tag und Nacht, zu jeder Tag- und Nachtzeit, an jedem Tag der Woche jemanden hatte, um an irgendein Projekt zu fahren. Also, das war einfach, immer möglich, alle waren total driven, Klettern kommt auf jeden Fall, an erster Stelle. ach, das war wirklich total geil. Und also, in dem speziellen Fall, der Kletterszene, würde ich es jetzt gar nicht mal so sagen. Ich finde es sonst eher, grummelig, also ich, können wir uns verbessern, ne? Ja, also, ich muss die Story jetzt sehr kurz erzählen, wie ich kürzlich bei der Sparkasse in einer Schlange stand, und dann hat sich eine Frau hinter mich gestellt, und ich drehe mich einfach so um, um zu gucken, wer steht denn da hinter mir, ich kenne die nicht, und sage einfach so ein Hallo, und die runzelt die Stirn und meinte, warum sagen Sie Hallo zu mir, Sie kennen mich doch gar nicht. Und dann habe ich eben gesagt, na ja, da wo ich herkomme, da macht man das. Aha, wo kommen Sie denn her? Na ja, vom Niederrhein. Und da macht man das. Er hört sich eher nach Kreuzverhör jetzt an. Nein, da habe ich auch echt. Und genau, und dann habe ich nämlich zu der gesagt, ja, ja, es ist nicht so wie in Franken, wo man sich einmal schlecht gelaunt anschaut, und dann abwendet. Ach ja. Aber du bist das beste Gegenbeispiel, dass Franken lachen kann. Und mein Sohn auch. Der ist der größte Scherzkeks der Welt, und der ist so ein echter Nürnberger. Siehst du, es gibt Hoffnung. Und ich glaube, es sind nicht nur wir beide. Da gibt es schon viele. Aber es ist tatsächlich so, weil ich das auch von vielen Seiten immer wieder höre, ja, in Franken, und da gönnt man sich dies nicht, und da ist ein bisschen hotzig. Und das ist eigentlich schade, weil Klettern hat was, wo man, sagen wir, mit sich selber kämpft, und eben nicht als wirkliches Wettkampfformat. Zumindest im klassischen. In der Theorie. In der Theorie, ganz genau. Also ich weiß noch, wie ich mal mit einem Freund einen Film über das sächsische Klettern machen wollte. Und da haben wir uns mit diversen Leuten unterhalten, so die einen, was waren so ganz die Klassiker, dann gab es neue Leute, die auch Wettkämpfe gemacht haben. Und also da hat keiner dem anderen irgendwas, irgendwie die Butter und Brot gelassen. Und der Thomas Willenberg, über den sie alle, auf den sie alle eingeprügelt haben, und der meinte, ihr in Franken, ihr seid eine einzige Familie im Vergleich zu dem, was hier abgeht. Also es geht, ich meine, dort haben Kletterer, Boulderern die Reifen platt gestochen, weil Affen klettern machen wir nicht. Weil ja der sächsische Bergsteiger auf Gipfel steigt. Gipfel steigt nicht auf Massive oder Quert. Oh Gott. Aber perfekter Übergang nicht abgesprochen. Du holtest oder hast einen Film gemacht. Und damit sind wir nämlich bei einem weiteren Abschnitt von dir. Du hast ja verschiedene Klittelfilme auch gemacht. Ja, habe ich. Zum Beispiel mit dem Tim Barzig. Eye Climb. Genau. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? War da einfach so, hey, okay, jetzt habe ich vorher Fotografie gemacht, du warst ja dann auch schon kameraaffin. War das einfach der logische Schritt oder? Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja netterweise noch ein Jahr lang rumgammeln dürfen in Erlangen von meiner Mutter aus, weil mein Bruder deutlich länger studiert hatte. Und haben also einfach noch Geld gekriegt. Musste nicht arbeiten. Und es begab sich so. Oder sagen wir es anders. Wie können wir es metaphysisch verpacken? Ich würde sagen, wir fangen mit dem Satz an, folge immer deinem Herzen und deinem Gefühl. Weil zur Eye Clan kam es nämlich, ich würde sagen, durch echten totalen Zufall. Am Ende meines Studiums musste ich was Digitales machen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung bis dato von irgendwie Computern. Also ich habe wirklich immer analog meine Bilder entwickelt oder Polaroids gemacht und die an die Wand gehängt. Jetzt soll ich mir irgendwie einen Computer kaufen. Wir waren natürlich auf, also wenn du an der Design-FH ohne Apple aufgelaufen bist, Ich würde gerade sagen, das war ja Stand der Dinge dabei. Ja, also dann wurdest du quasi exmatrikuliert. Das war klar. Und ein Jahr zuvor hatte ja Apple den Siegeszug wieder angetreten, nachdem die an Boden waren mit diesem neuen iMac, diesem Plexiglas-iMac. Und als ich mir einen kaufen wollte, ich glaube es war 99, 99 oder 2000, da gab es den Standard-iMac in irgendeinem Grünton. Der hieß natürlich nicht grün, sondern hatte irgendeinen fancy Namen. Und es gab fünf andere Töne. Und der Standard-iMac, der kostete 2300 Mark und der in den fünf Farben, dessen Features, die mir überhaupt nichts gesagt haben, der hieß nämlich DV, der kostete 3000 Mark. Also schon ein solides Upgrade. 700 Mark, da hat echt schon was ausgemacht. Und ich fand aber den Orangen, das war kein Orange, sondern Tangerine, ich fand den einfach so geil, dass ich mir dachte, ja wahrscheinlich brauche ich den nicht, aber ich will echt dieses orange Ding haben, weil der einfach so hot ausschaut. Genau. Ich kann dir jetzt im Nachhinein sagen, es ist so gut, dass du im Design-Bereich bist, weil das sind die richtigen Kaufentscheidungen. Ja, und das war wirklich, ich habe den mir da hingestellt und dachte so, ah, diese geile Maus und so einfach perfekt. Genau. Und dann nämlich im Jahr, als ich dann in Erlangen gelandet war, da hat mich dann ein Freund angesprochen und meinte so, ja, ich habe jetzt so viel, der hatte so eine Hi8 oder Mini-DV-Kamera und meinte, er hat so viel gefilmt, aber er kriegt das irgendwie nicht in den Computer. Also ich hatte bis dahin wirklich Null gemacht mit irgendwie Video oder Videoschnitt, 0,000, auch nie im Studium. Entschuldigung, ich stoße auf von dir. Und meinte so, ja, weiß nicht, ich kann das irgendwie bei dir anstecken und ich habe mit meinem Rechner quasi auch nichts gemacht. Also ich habe da wirklich drei Bilder sortiert und hatte irgendwie so ein Layout-Programm, um drei Fotos auf irgendeinem Blatt zu ziehen. voll der Superdödel. Ja, und dann habe ich nämlich endlich mal gecheckt, als ich mich informierte, wofür denn die, wie steht nämlich für Digital Video. Das Ding hat einen Firewire-Anschluss. Also die Übertragung. Genau, das war überhaupt der Erste, der es ermöglicht hat, dieses DV-Material über die Schnittstelle Firewire in den Rechner zu bringen. Und dann, das hat sich bis heute beibehalten, also wenn ich eine Software, wenn ich da irgendwie das nicht checke, dann habe ich echt eine Geduld, wie ein dreijähriges Kind auf Zuckerentzug. Also da habe ich total schnell keinen Bock mehr. Das muss jetzt einfach funktionieren. Ja, und vielen Dank Steve Jobs, da war iMovie 1 drauf. Also wirklich die absolute Basic-Version von iMovie. Und das war einfach, das hat eben auch so jemand wie ich geschnallt. Und vor iClimb gab es nämlich den krassen Underground-Film Rock Warriors in Action. Oh Gott, den habe ich unterschlagen. Mein Gott. Okay. Ja, und das war nämlich dann, und da haben wir dann nämlich einen Zusammenschnitt gemacht von diesen Dingern, die mein Kumpel, der Mich-Bag, da aufgenommen hatte. Und da habe ich irgendwie gemeldet, das macht ja echt total Bock, da irgendwie rumzuschneiden. Man konnte da wirklich... Lass mich ganz kurz bei Rock Warriors in Action noch einhaken. Also einen Namen, den man sich merken muss. Gibt es das noch? Können wir dieses Material... Ja, das gibt es noch, ja. Wir sollten das nochmal publizieren. Leider, leider echt extrem klein. Früher, ich weiß noch, dieser iMac, der hatte 10 Gigabyte. als Speicher. Und das war... Auch dafür hat man 700 extra bezahlt. Du siehst halt Pixelhaufen an der Wand. Ja, aber Rock Warriors in Action ist schon ein geiles Machwerk und hat auch eine gewisse Story drin. Das war dein Einstieg in den Videoschnitt. Ja, das hat total Bock gemacht, da irgendwie so rumzubasteln und vor allen Dingen, dass man eben nicht nur ein Bild hat, sondern ein bewegtes Bild und dann halt irgendwie mit Ton, auch wenn das Ding, es hatte echt nur eine Tonspur, also das war ultra basic und dann, ich weiß es echt gar nicht mehr genau, habe ich irgendwie gedacht, ja, man könnte mal irgendwas über die Fränkische machen und da muss ich ganz ehrlich gesagt passen, ich weiß nicht, was da genau den Ausschlag gab. Also ob es so Tim war, der dann das Material schon hatte oder... Nee, der hatte das nicht, nee, weil ich, also ich hatte Kamera und den Rechner. Er hat sich dann auch noch so ein iMac gekauft und wir haben das dann irgendwann beschlossen, irgendwie zusammenzumachen. Also ich weiß es nicht mehr, also vielleicht Tim, vielleicht kannst du dich mal einschalten. Aber war er einfach so, hey, pass auf, macht Spaß. War mein Mitbewohner, ja. Ja, und macht Spaß, also lass uns mal ein Video über die Fränkische drehen, weil dazu muss man ja wissen, da gab es ja kein YouTube etc., also das war schon, ja, lass mich, also es war schon eine Besonderheit, dass es das Video gab. Also es war echt cool, weil es gab, keine Ahnung, von weit her, Masters of Stone, ja, das war halt USA und so weiter, aber es gab ganz wenig Material, außer vom Sportspiegel irgendwie. Ja, vom Sportspiegel und von Udo Neumann. Genau, Udo Neumann, genau, der war natürlich und mit sowas, aber ansonsten Fränkische, da wart ihr beide schon auch mit Vorleiter sozusagen. Ja, also das Coole war ja vor allen Dingen, dass damals eigentlich so gut wie alle auch mitgemacht haben. Also ich hatte ja bis dato, 2002, hatte ich ja einige Helden schon getroffen aus meinem Leben, aber eben noch nicht. Kurt Albert. Und jeder, jeder hatte ihn schon getroffen, zum Beispiel der Lukas Bierer oder die kamen, mit denen ich zusammen war, die haben damals im Rotpunktsport gearbeitet und ich weiß noch, ob ich einmal reinkam und die kamen dann so zu mir, ach ja, hallo, der Kurt, der ist ja irgendwie vor zwei Minuten rausgegangen. Ich so, was, warum hast du mich festgehalten? Du weißt doch, ich muss ihn um ihn kennenlernen. Und auf jeden Fall bin ich ihm dann, irgendwann musste es ja quasi passieren, dass ich hier mal einfach so über den Weg laufe und dann war es am Kühlochfels. Genau, am Kühlochfels war der Kurt da und sehr empfehlenswert, um weite Hakenabstände um einen Kenyan zu lernen. Mega guter Fels, 1000, super. Ich finde, einer der besten acht Plussen, ab geht die Post von Güllig, ist monstergeil. Also wirklich. Und ich finde, also Leib für die Insel. Ja gut, das ist, du sollst mir vielleicht nicht direkt rein, wenn man gerade da, aber es gibt auch viele Touren, die sind sportlich gesichert, aber echt okay, oder? Die weiter rechts finde ich, ja, weil die ist es schon, also entweder weit über den Grat stehen, ich so als Achterkletterer, oi, 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 oi. Ich finde, das sind schon echte mentale Herausforderungen. Wahnsinn. Also mentale Herausforderungen ist ein guter Punkt, weil, ich meine, ich muss nochmal kurz zurückspulen ins Jahr 87. Da sitzen Hannes, Robert und Bodo vorm Fernseher, gucken sich den Sportspiegel an. Der Sportspiegel war damals so eine Serie, wo Sportarten und Sportler beleuchtet wurden, eben jede Woche einmal. Und die hatten sie nämlich aufgemacht mit Kurt Albert und Wolfgang Güllich ins Yosemite Valley und nach Bischop. Und die sind dann da Bohl angegangen, haben Separate Reality geklettert, haben Big Wall gemacht. Ey, das waren einfach die Götter, endlich mal in Bewegtbild, eine halbe Stunde lang volle Packung, nur geile Aufnahmen. Wir haben das natürlich auf VHS aufgenommen und ich wage zu behaupten, ich habe das hundertmal gesehen. Also ich kenne mehrere Menschen, die können quasi den gesamten Text, die kann man nachts wachschütteln und die können, wenn du sagst, was wird gesprochen, wenn Güllich da morgens in der Daunenjacke und Seil da zum was weiß ich hinläuft, dann weiß man einfach sofort den O-Ton, den Off-Ton, alles. Und es war so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man auch irgendwann denkt, die Typen, die sind so übernatürlich, die gibt es eigentlich gar nicht, weil die in der Vorstellung so riesig sind. Das sind halt Götter. Und da war ich am Kühlochfels und da war der Gott Kurt und ich wollte ja eigentlich da diesen Film machen, einen Frank-Jura-Film ohne Kurt Albert, den kann man gleich irgendwie in die Tonne treten und genau, mentale Hürde oder Blockade, was du gerade meinst und bin dann glaube ich irgendwie so, da habe ich mich irgendwie so irgendwie mit dem Topo in der Hand zu ihm hin und mich verwenzelt. Ah, sag mal, also ich, da bin ich nicht ganz tausend. Also echt, und natürlich so rote Ohren, kling, kling. Und er war ja so nett und ich habe dann erzählt von dem Film, den wir machen und so und dann hat er halt vorgeschlagen. Lass mich kurz einhören, Hannity, ich finde, das ist schon echt echte Leidenschaft. Also, okay, das andere ist da ein bisschen, bis du da bist, aber sich das zu trauen, also das finde ich schon, wenn dir Projekte richtig am Herzen liegen, dann tust du das, weil du kannst auch sagen, ja, da ist er, aber ich traue mich nicht hin. Also das finde ich schon besonders, das zu machen. Also war schon echt kurz davor. Ja, glaube ich, weil das ist ja, wenn Menschen so, ja, ich nenne es mal überhöht sind oder so, du hast es gerade gott, dann denkst du dir, boah, wie kriege ich das jetzt hin? Und das finde ich schon, wenn du da die Leidenschaft hast zu so einem Projekt und sagst, aber ich will dieses Video oder diesen Film drehen, dann macht man es da. Dazu muss man natürlich auch sagen, ich meine, Kurt hatte eine Ausstrahlung, die einfach nur einladend war. Also ich meine, der Typ war wirklich nett, würde ich mal sagen, zu jedem, also so ein sanfter Riese, also ich meine, also vor so Menschen kann man keine Angst haben und es hat's. Ich glaube, er hat dann auch das legendäre Solo am Rödelfels den, was hat der Solo geklettert? Den Devil's Crack. Den Devil's Crack, genau. Was, ehrlich gesagt, noch, also dann an dem Abend, nachdem wir das gedreht hatten, also es war eigentlich noch viel schlimmer, als ihn da am Kühlauchfels anzusprechen, war ich einfach so, also das war ja seine Idee, er hat vorgeschlagen, komm, wir machen den Devil's Crack, den filmen wir und er hat's ja zweimal geklettert. Er klettert jetzt im Solo. Ja, blank Solo. So, schön an einem warmen Sommertag und ich hab einfach, ich hab echt, ich konnte da quasi nicht hingucken, weil ich wirklich dachte, also wenn der Typ da jetzt abschmiert, dann kann ich erstens meinen Wegzug aus der Fränkischen organisieren, weil ich der Typ bin, der irgendwie den Kurt da reingeschickt hat, auch wenn's nicht so stimmte. Ja, und vor allen Dingen, also ich hab hier persönlich mein Idol von meinen Augen irgendwie. Also es war schrecklich, echt. Aber er hat's einfach ganz safe durchgegriffen. Mega safe. Er meinte auch danach in dem Video hier, als ich ihn drauf anspreche oder der Philipp hat ihn dann ja interviewt, irgendwie hier, this is we a friend. Und wer mal, also wer nicht klemmen kann, aber ein Neuner klettert, der möge doch mal zum Devil's Crack gehen, weil da musst du eigentlich drei, drei oder mindestens zwei Klemmer sind essentiell. Also ich glaube, wenn man Zehner klettert, dann kann man es vielleicht auch irgendwie so wegpressen. Aber, also es ist echt, es ist echt... Ja, wenn du so Vertrauen in deine Faust hast, dann klemmt er einfach so. Genau. Boah, ich wäre, also ich bin da heute noch irgendwie schweißgebadet, wenn ich da wirklich zwar... Boah. Ich werde aber nie vergessen, wie wir da hinkamen irgendwie, weil ich, ich glaube, er hatte mir ja morgen erst Bescheid gesagt, wie wäre es denn heute Nachmittag, weil er auch das verständlicherweise so ein bisschen von seiner Stimmung abhängig machen wollte. Und ja, und lehnte dann einfach so ganz lässig, war halt einfach die Ruhe selber und wir irgendwie echt die, die Hühner. das war eher, also ich glaube, es war eher für ihn wahrscheinlich eher eine Challenge, sich nicht von unserer Nervosität anstecken zu lassen, weil wir irgendwie so... Ja, ist ja alles... Aber sehr coole Videos, kann ich nur noch mal sagen, haben mich damals wirklich auch geprägt. Also ich war ja auch ein junger Glitterte. Wie weit sind wir auseinander? Ich bin 74er Jahre. Ach, du junges Küken. Ich bin 71. Okay, wie mein Bruder. Aber dann war es eben sehr, sehr cool, einfach solche Videos zu haben, weil es ähnlich wie du es jetzt von Spotspiegel gesagt hast, da war halt was zum Anfassen und sowas und da hin zu fiebern. Das war einfach... Gab es sonst nicht so viel? Also bin ich dir sehr, sehr dankbar. Ja, gerne. Danke. Aber lass mich ganz kurz noch zu einem Punkt kommen. Es gibt ja auch Touren von dir. Ach ja, die sind echten... Ja, die sind aber... Ja, okay. Nee, aber... Ja, ja, es sind nur drei. Aber sie sind deshalb wirklich bemerkenswert, weil die eine ist am Terrarium. Ja, 8 plus 9 minus. Oder 9. Wishing on a Star. Warum der Name? Weil wir damals... Wo waren wir? Die hatte der Philipp Wader eingebohrt und zwar haben wir... Jetzt fällt mir die Sängerin wieder nicht ein. Wir waren in der DRV-Hülse der Sektion Bayreuth und haben da ein bisschen Party gemacht und ich hatte nämlich einen Song dabei oder ich hatte einen Remix von Wishing on a Star geremixed von... Boah, keine Ahnung, das war auf jeden Fall so ein Hausmix Todd Terry oder so. Okay, also nach einem Lied. Also es war der Song dieser Tage, genau. Wishing on a Star. Wir waren eh alle in so einer romantischen Stimmung. Vielleicht so ähnlich wie Kurt und Wolfgang bei Eternal Flame. Ich weiß nicht, irgendwie hat es auf jeden Fall gepasst wie die Faust auf. Ich kann dir sogar sagen, Wishing on Two Stars, weil wenn ich im Internet ein bisschen Kommentare zur Rufie reinschaue, dann heißt es ja häufig, Mensch hat aber mehr als einen Stern verdient, weil es ja als steiles Fingerlochgeklettert wirklich viele Nachahmer findet. Also fand ich cool. Ist auch ein cooler Spot, aber wie gesagt, nicht von mir eingebohrt, sondern einfach nur nett geschenkt von Philipp und ja, ist auf jeden Fall eine coole Tour. Ja, ist eine coole Tour und ein cooler Spot. Dann habe ich von dir noch Antigravitation am Einstein, 9 plus 10 minus. Das ist ja schon wow, 2002 erste die gemacht. Braucht man Antigravitation? Also da sage ich, ja, ich habe davon, ich glaube auch wieder durch den Philipp erfahren. Da war eine Reihe Projektor und er hat gesagt, ja, die sind jetzt alle offen. Kann machen, wer will. Und da bin ich natürlich direkt hingebrettet und habe gelassen und war da aber auch so im Klettern drin. Und das ist irgendwie eine Sache, die bedauere ich fast so ein bisschen, weil ich da für meine Verhältnisse zu der Zeit echt richtig fit war. Also da konnte ich das locker an einem Nachmittag klettern und habe das dann aber, habe auch relativ viele Touren einfach so weg konsumiert. Was ich natürlich auch irgendwie geil fand, dass ich so 8 Ars irgendwie easy klettern kann. Was ja heutzutage sowieso jedes neunjährige Mädchen macht, was schön ist. Aber genau, aber ich bin dann auch mitunter so da so drüber gegangen, so, naja, komm her, drücke ich gerade mal weg. Und so, hast du es nicht so genossen sozusagen? Nee, man hätte das ruhig noch ein bisschen mehr irgendwie feiern können und so. Also ich habe da schon auch eine Erinnerung dran, aber es war dann mitunter so gerade so in dem Grad immer relativ fix und schnell. Ja. Okay. Ja, es ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Unabhängig vom Grad, glaube ich, ist es schon entscheidend, was machst du mit dem Erfolg, den du hast. Also wie sehr begeistert er dich auch. Ja. Das liegt schon immer an uns selber, wie wir das wahrnehmen. Ja, ja, also da, also ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich mich da nicht gefreut hätte und ich meine, es war nun mal irgendwie Sturm und Drang und auch bei den anderen, ich meine, alle haben irgendwie da ihre Projekte gehabt und also viele Freunde von mir auch viel schwerere Projekte, also ich war ja eher der Typ, in dessen Projekten sich die anderen warm geklettert haben, was auch echt ein guter Prozess ist, um Bescheidenheit zu lernen und leise mit den Zähnen-Siepchen-Mirschen. Und dann, glaube ich, hast du übrigens eine Tour, die heißt Captain Nemo segelt am Jules Verne-Massiv. Aber ich glaube, das ist nicht der ganze Name, denn ich glaube, du hast möglicherweise das Anrecht des längsten Routen-Namens im Frangio. Ja, so eine komische Kombi kann das sein. Ja, ja, ich habe da irgendwas. Okay, ja. Du weißt selber nicht mehr. Okay. Ich sage dir, eigentlich soll es ja heißen, Captain Nemo segelt mit einer Frau auf der Nautilus und die Uhr tickt. Und what the hell, lieber Erstbegehr, soll uns diese Routen-Nami sagen? Ich glaube, das sind alle Namen, die irgendwie an der einen Tüffern-Massiv sind, die wir irgendwie da in ein Ding gepackt haben, weil es auch als so eine absurde Schwach-Maten-Kombi ist. Also es kann man echt nicht mehr als Erstbegehung zählen, wobei natürlich, das können wir grundsätzlich immer diskutieren, was ist eine Erstbegehung? Ja. Weil ich zum Beispiel just in den Tagen als mein geliebter Rüdiger Neberg starb. Warte kurz, bevor du jetzt weiter sprichst. Oh, als nächstes hätte ich die Frage gestellt, es gibt eine Kombination am Sprungstein. Jetzt bist du wieder da. Ah, genau. Ja, und es war, genau, es war der Frühling 2020, Corona. Niemals war das Hirschbachtal ruhiger als da. Das war echt traumhaft, da waren wir oft mit der Familie. Und ich hatte mal das Drecksteil geklettert und die Diretissima und den Neuner und so und habe dann eher so aus Langeweile gedacht, na, man könnte ja das Drecksteil einsteigen und dann gibt es eine mega geile Lochkombination nach links und dann die Diretissima. Lass mich diese, für die Menschen, die nur zuhören, diese mega geile Lochkombination hat mich, wie du im Bild gezeigt hast, erinnert an die Legendäritur in Buques La Rose et le Vampire von Antoine Le Menestrel. Also, der Kreuzzug ist zwar genau andersrum, aber Antoine ist wirklich, ist wirklich geil und ich glaube, na gut, wenn man jetzt total die mega, mega Stahlfinger hat, dann kann man wahrscheinlich auch einfach ein Fingerloch wechseln, 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 aber ich meine, das wäre echt, das muss man so machen mit so einem Überkreuzer und ich war auch, also ich war dann auch so beglückt davon, dass wir also unseren Sohn, dass ich meinen Sohn damals in die Wand hochgezogen habe in der Kamera, meine Frau, die meine hat mich gesichert, damit Mika unbedingt ein tolles Foto vom Papa macht. Egal. Das ist sehr cool. Auf jeden Fall soll, soll die an den Rüdiger Nehberg erinnern, meinen, meinen Survival-Helden, weil der ist passend für ihn, er hat am 1. April den Hut genommen und sich in die ewigen Jagdgründe verabschieden. Er war ja auch ein großer Scherzkeks und alle seine Fans haben auch gesagt, du hast ihn auch mal persönlich kennengelernt. Mehrmals, ja, also ganz, ganz toller Mensch und alle Fans haben eigentlich gesagt, Rüdiger konnte auch an keinem anderen Tag sterben als am 1. April, weil er irgendwie quasi dadurch nochmal einen Gag hinterlassen und deswegen habe ich diese Kombi eben Survival genannt, also Herr Weivel, das war ja so sein eigener Scherzname und Survival, sehr schöne Anspielung. Ja, und was, ich habe das, also ich sehe darin, ehrlich gesagt, früher nannte man das Trainingskombinationen und keine Erstbegehung und ich, also ich habe ja keinen Haken da gesetzt, weil den braucht man nicht, man hängt, ich glaube, den vierten Haken vom Drecksteil ein, das ist so eine stark verlängerte Schlinge und dann gehst du halt nach links und selbst wenn du beim Klippen vom nächsten Haken fällst, dann fliegst du dann einfach weit irgendwie da rum, aber das ist immer eine schwierige Frage, ist jede Verbindung von Haken 1 bis N tatsächlich als neue Tour zu sehen, eine andere Kombination oder? Ja, ich sehe es nämlich nicht so, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es da irgendeinen Konsens gibt, ich hatte das Thema auch letztens mit irgendjemandem, ich weiß nicht mehr genau mit wem, weil ich meine, also da kannst du ja sehr viel kombinieren, irgendwie viel machen und also ich weiß nicht, also ich finde das irgendwie cool, ich finde das manchmal ganz gut, wenn in so einem Topo noch irgendwo so im Text auftaucht, das habe ich zum Beispiel im Hüllloch-Topo, man kann auch das und das machen, das nennt sich dann so und so, aber das taucht eigentlich nicht in der offiziellen Routenliste auf. Das weiß man halt dann durch Überlieferung, wir können es ja auch mal probieren, vielleicht macht das noch Spaß. Aber andererseits, kann ein Topo zerfleddern, ja, ja eben, aber andererseits, also ich sehe mich ja so null als Erstbegeh und in der Position da jetzt irgendwie eine Meinung zuzuhaben, ich finde es nur komisch, dass man das Erstbegehung nennt, wenn man keinen zusätzlichen Haken setzt und irgendwas kombiniert, dann kann das witzig sein, aber es ist zumindest schön, dass es Survival gibt als Erinnerung an den Rüdiger Neberg. Genau. Also alle, die zuschauen und möchten mal eine coole, weiß nicht, oldschool würde ich sagen, C- oder eben 8A-Plus klettern. Dann nix wie ab an den Sprungsteinen im Herschbach. Also es ist echt eine fette Linie, ich finde, der Drexteleinstieg ist schon nicht so ohne und ja, also es ist definitiv schwerer als die Dirtissima, würde ich sagen. Ja, auch keine. Vielen Dank für die Erstbegehungen. Wir machen noch eine kurze Frage, warum heißt La Rose, oder Vampir, warum La Rose? Das heißt, oh verdammt, da hast du es wusste. Weil der Kreuzzug sowas ist wie, ich gebe dir die Rose. Das ist, ah danke Jürgen, ja ich habe, ich habe nämlich gerade, ich habe da das Video gesehen mit Anna Stöhr und Antoine. Ja, ich finde jetzt sehr schöne Erklärungen, das ist auch so, als würdest du dem Rüdiger zum Abschied noch eine Rose geben. Ja. So Hannes, vielen Dank für deine Erstbegehungen. Lass uns einmal einen zeitlichen Sprung machen. Ich möchte dich mal ins Jahr 2010 wahrscheinlich nehmen, weil da ist irgendwie eine Idee entstanden, mit der du ja wirklich eng, eng, eng verbunden bist, nämlich das Kaffeekraft in Rupprecht Stegen, wo du früher sozusagen auch drin was und Videos angeschaut hast, ist dann sozusagen nach Nürnberg irgendwie gewachsen. Du hast eine, mit jemandem zusammen, eine Kletterhalle ins Leben gerufen. Wie sei dir auf die Idee gekommen? War die Zeit reif dafür und warum Puldern? Also die Zeit war oberreif. Ich wage zu behaupten, wenn man das zehn Jahre vorher gemacht hätte, wäre es genauso ein Erfolg gewesen. Also ich glaube, die Menschen wären auch schon früher dafür bereit gewesen. Ich war ja letztendlich auch durch die Erlebnisse, die ich da in Holland hatte, ich war einfach frustriert hier von den Örtlichkeiten vor Ort, also wobei man immer sagen muss, da haben die Leute das Beste draus gemacht, also sei es der Erlanger Boulderraum oder sei es das TSV, da kann man gar nicht schlecht drüber reden, weil das sind kleine Räume, die sind vollgestopft mit Wänden und was Besseres kann man daraus nicht machen und das war total super und ich bin da dankbar für, dass ich da klettern durfte, aber ich hatte im Frühjahr 2009 hatte ich mal richtig so ein Breakdown im Nürnberger TSV, da stand ich halt morgens da und hab gedacht, ja okay, jetzt muss ich mir wieder irgendwas einfallen lassen, wie ich da hier irgendwie lang klettern kann, dann bin ich stärker wert und es war irgendwie keiner da und ich hatte echt einfach keinen Bock mehr, ich bin dann auch gegangen. obwohl dann hatte ich damals Hannes auch immer so das Gefühl, das war so miteinander, wenn du so zwei zu dritt warst, dann war, ja komm wir probieren mal die Kombi und dann hast du dich mehr so befürchtet miteinander, aber alleine, ne, war schwierig. Also da muss man einfach mega motiviert sein und ich hatte schon, habe ich auch da sind, also wie in einem Moment, wo man stirbt und alles läuft immer vorm inneren Auge ab, hatte ich das in TSV so, so alle miesen Keller, in denen ich schon irgendwie abgehangen hatte, lief nur mal vor meinem Auge ab, winzige Wände mit miesesten Griffen, wo ich immer in dem Moment, wo ich da war, wirklich total happy war, dass ich was machen konnte, aber ich dachte, ich pack's irgendwie nicht mehr. Es muss doch was anderes geben. Es muss doch was anderes geben und vor allen Dingen, was mich auch irgendwie, was mich auch schon so ein bisschen fuchsig gemacht hatte, war, dass ich mehrere Leute schon getroffen hatte, die meinen, ja, ja, der Jürgen, der plant da glaube ich was oder die, ja, die haben schon ein Business, kleine Tasche und dann habe ich immer gedacht, weil ich war ja, ich war ja zu dem Zeitpunkt glücklicher Filmer, Fotograf, habe da gut Geld mit verdient. Ich hatte überhaupt keinen Bedarf, jetzt irgendwie einen neuen Beruf zu ergreifen, sondern ich wollte einfach nur einen Ort haben, der schön ist, wo man gerne hingeht und motiviert klettern geht, so wie ich das eben gerade aus Amsterdam, wo ich die Marion kennengelernt habe, kannte und die Marion, die fand es ja auch erstmal total furchtbar, als wäre ich hier halt in den Einschlägigen. Marion ist deine Frau, Genau, Marion ist meine großartige Frau und ja, natürlich hat die voll die Krise gekriegt, als wir dann in Erlangen in diesem Boulder-Raum waren, der jetzt nun auch nicht gerade eine... Das ist ganz anders, kann der, ne, auch so... Ja, es ist auch nicht unbedingt ein Ort der Fröhlichkeit, ne, also da wird halt das Zeug geboltert, genau. Kann man schließlich auch zu Hause, die Energie, die kann man sich irgendwie schenken. Ja, und genau, und dann war ich da eben im TSV und habe gedacht, scheiße, 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 das kann es doch nicht sein und habe dann, glaube ich, da bin ich zum ersten Mal so richtig mit der Idee schwanger gegangen und habe das auch Freunden erzählt und habe dann so gesagt, ja, Mensch, es kann doch echt nicht sein, dass hier so im Herzen des Frangenjura-Kletterns eben noch nicht so ein Ding ist und es gab schon das B2 zum Beispiel in Basel, das war ja so eine der ersten großen kommerziellen Hallen, also das war ja auch nichts total Neues, was wir dann mit dem Kaffee-Kaffee gemacht haben. Also er hat jetzt schon Blaupausen einfach, ne? Also gratis B2 kann ich irgendwie, das ist echt eine Monsterhalle und der Mike Tscharner, der da viel gearbeitet hat, der hatte mich auch schon 2009 auf einer Messe, hat er mich auch schon belabert oder 2010 war es glaube ich, ja, macht das auf jeden, macht das auf jeden Fall. Genau und ich habe das dann so rumerzählt und hatte zwei Freunde, die waren da eigentlich auch schon fit dabei und wir hatten da auch schon Strategie-Meetings in München und dort und die haben dann letztendlich doch kalte Füße gekriegt und dann bin ich eben einem alten Bekannten über den Weg gelaufen, mit dem ich in den 90er Jahren viel geklettert hatte, der hatte in Köln studiert und der hatte halt etwas Geld auf der hohen Kante und hat gesagt, ja, dann hatte dir Businessplan, die Idee war da, du hattest auch schon so ein bisschen die Vision, wie ich es jetzt rausgehört habe und dann, und dann gehen wir einfach nach Nürnberg und sagen, okay, wo ist jetzt die Industriehalle, die ich mir mieten kann und das reinbauen? Genau, das ist ja nach wie vor auch das Schwierigste überhaupt, der Halle zu eröffnen, also die Location zu finden, die gut liegt, die man sich leisten kann, die auch ein isoliertes Dach hat und eben kein unisoliertes, wo dann im Winter alles sich in eine Tropfsteinhöhle verwandelt. Dann kannst du höchstens Eisklettern anbieten. Dann kann man nur Eisklettern, dafür muss es aber wiederum in der Halle auch kalt genug sein und das ist ja das Problem. Das heißt, du musst die Boulderer da dran gewöhnen, dass unter Null die besten Temperaturen sind. Genau. Aber das ist doch eigentlich der Punkt, oder? Genau, und da hatte ich ja auch keinen Dock drauf. Das war ja auch so typisch TSV. Möchtest du nur eins? Ich würde gleich noch das trinken. Ja, klar. Hannes, hier das neue Bier. Bamberger Braunbier. Ja. So, und jetzt können alle mal gucken, ob so ein Saugpreis überhaupt Bier einschenken kann. Das sieht sehr gut aus. Weil wir ja, da wo ich herkomme. Da haben wir noch ein bisschen Schaum drauf. Ja, da wo ich herkomme, da trinken wir das Bier bekanntermaßen aus Reagenzgläsern. Und ich wurde einmal, das war echt total geil, zu Bergzeiten, zu Bergzeit, großes Bierfest in Erlangen, wer es nicht kennt, wurde ich von der Polizei angehalten, weil die natürlich total scharf drauf sind, Alkoholsünder zu finden und ich hatte irgendwie auch Dreck an den Schuhen, was passen würde zum Berg, kam aber vom Klettern und auf jeden Fall fragte mich der Herr Oberwachtmeister, ob ich ein Bier getrunken hätte und ich habe ganz kleinlaut gesagt, ja, ich hätte ein kleines Bier, weil ich ja eben aus Nieder, vom Niederrein komme, wo man wirklich so klein, und er meinte nur so ganz, gerade so angewidert, in Franken gibt es kein kleines Bier. Sie lügen. Sie lügen, genau. Und dann habe ich auch gesagt, ich komme vom Klettern, und dann habe ich, schleichst du dich. So gut, nicht? Ja, aber du hast das Bier und wir haben festgestellt, wir wollen keine kalten Boulde halten. Nein, wir wollen es gemütlich, wir wollen es nett, wir wollen es einfach, vielleicht kann man auch echt sagen, altersgerecht. Ich war jetzt irgendwie auch schon über 30 und gerade so dieses, immer so die Motivation aufbringen, an irgendeinem Scheiß zu trainieren, die hatte ich irgendwie nicht mehr, weil ich wage zu behaupten, man kann am Türrahmen fit werden für den 11. Grad, wenn man motiviert ist. Ich meine, Güllich hat es quasi geschafft, also Wall Street hat er ohne, hat er, glaube ich, ohne Campus Board noch geklettert. Das gab es da noch nicht, ne? Ja. Das hat dann der Norbert irgendwann gebaut. Ja, es kam bald danach, aber ich dachte, Wall Street war noch quasi ohne. Ja, und einfach eine nette, schöne Halle, eigentlich so, wie ich es eben aus Holland kannte. Also vor allen Dingen auch eine Halle, wo vielleicht auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden, ein Get-Together, wo man eben nicht nur hinrennt, sich die Finger aufreißt und dann irgendwie ohne Tschüss zu sagen. Genau, das war ja schon euer Gesamtkonzept. Auch am Anfang hatte ich so das Gefühl, dass sozusagen Bistro mit dabei war, also schon Come-Together und das ist eher ein Platz, eine Wohlfühloase. Absolut, absolut. Also da sollte man sich zu Hause fühlen und ich fand es auch total schön, wenn sich zum Beispiel Leute auf dem Parkplatz getroffen haben, haben einen Kaffee bei uns getrunken und sind dann auch rausgefahren. Also das habe ich überhaupt nicht als Affront erlebt oder warum, hä, warum geht das? Das ist wohl der Scheiße. Irgendwann nicht. Ich finde es ja gerade cool, wenn so eine Institution auch irgendwie so ein Hub ist, wo ja von allen Leuten, die Leute hinkommen oder sich einfach treffen für irgendeine Besprechung. Der Glover hat sich mal in seinem M3 rübergebrettet, also ich weiß gar nicht, was der für eine Besprechung hat, aber es hat mich ja immer gefreut, wenn die das in Café Kraft gemacht haben. Wie ist das dann so entstanden, dieser Erfolg? Also ihr habt das Ding aufgemacht? Waren es eure Connections, dass Persönlichkeiten, wie jetzt der Stefan Glover oder ähnliche da waren? Durch was ist dieser Sog entstanden? Also ich meine grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn man der Erste ist an irgendeinem Ort. Also wir waren, das ist sozusagen das Konzept, also an dem Konzept würde ich erst mal sagen, war überhaupt nichts Besonderes, aber wir waren natürlich die Ersten hier in dem Raum. Dann hatte meine großartige, superschlaue Frau, die ja schon mehrere Jahre hin in Amsterdam in einer großen Agentur gearbeitet hatte, eben auch ein Markenkonzept dahinter entwickelt. Also hat ein Branding für die ganze Geschichte entwickelt, was ganz oft unterschätzt wird. Es geht eben nicht nur um irgendwie einen visuellen Ausdruck von einer ganzen, von einer Geschichte, sondern es geht eben darum, ja, welche Werte wollen wir denn leben und wie können wir die kommunizieren? Und da war eben dieses gemütliche Zusammenkommen, das war halt einfach mal mindestens genauso wichtig wie die sportliche Leistung. Ich glaube, der Name war schon geil, danke an Dickie Korb, weil ich, das war die erste Marketingmaßnahme, war ja ein Namenswettbewerb. Ich habe so einen Namenswettbewerb veranstaltet. Und Dickie hat gewonnen. Dickie hat gewonnen und das Witzige war, dass ja manche Leute echt Romane geschrieben haben und gleich auch mit irgendwie dem Grafikdesign, was echt oft zweifelhaft war und von Dickie kam eigentlich nur so ein Halbsatz, Kaffee, Kaffee, fände ich geil, liebe Grüße Dickie und es war natürlich... Ja, das ist der Hammer, weil ich meine, besser geht's nicht. Also ich habe es zumindest auch natürlich mit dem ehemaligen Kaffee in Ruprecht-Stegen verbunden, Logo, wo man sich nach dem Klettern einfach getroffen hat. Und das war natürlich nochmal so eine Übertragung, wie es auch in der Anmoderation eigentlich hat. Das ist ein cooler Name. Ja, und vor allem, ich meine, du hast erstmal diesen Anknüpfungspunkt zur Fränkischen, der für mich total wichtig war, auch dann, wie wir die Halle gestaltet haben. Und Kaffee und Kraft ist natürlich eine ideale Kombination von Geselligkeit und Sportlichkeit. Also das geht super von der Zunge, fängt beides mit, gesprochen quasi mit K an, Kaffee, Kraft. Also das ist auch so von, jetzt labe ich Design-Zeug irgendwie. Es ist halt auch einfach von der Aussprache her, kann man sich das extrem nennen. Ja, aber das sind ja genau diese Nuancen. Also du sagst, das Richtige war der Erste, aber irgendetwas hat halt auch gepasst, dass ihr weiterhin einfach vorne geblieben seid. Also andere Hallen haben aufgemacht. Also ich hatte schon das Gefühl, warum nährt sich dieses Gefühl bei mir? Ich hatte mal Besuch von jemandem aus der Schweiz und auch jemandem aus Österreich und beide haben gesagt, während es übrigens 21 Grad hatte, es waren einmal ein Mai und ein Juni-Tag und beide sagen zu mir, Jürgen, können wir mal ins Café Kraft fahren? Und ich sage, bitte? Nee, wir fahren raus in die Fränkische und klettern. Ja, aber ihr könnt es doch mal anschauen. Also da war ein Zug dahinter und ich glaube schon, deswegen, dass sowas wie Marketingmaßnahmen natürlich oder das Branding, wie ich so schön sagt, eigentlich genau das ausmacht. Dass Menschen woanders, und wir haben gerade über die Schweiz geredet, die wir anscheinend auch Vorreiter und Bruderhallen hatten, aber trotzdem kommen da welche an und sagen, nee, ich muss unbedingt ins Café Kraft und ich muss mit denen. Fand ich natürlich auch total geil. Also in den ersten Jahren, glaube ich, habe ich es auch einfach, weil ich Spaß dran hatte, übertrieben, weil ich meine letztendlich, wenn du einen, sagen wir mal, lokalen oder regionalen Einzugskreis hast, dann musste ich nicht die ganze Welt kennen. Also das ist jetzt rein monetär nicht irgendwie unbedingt nötig, aber ich fand es natürlich auch geil, weil ich ja letztendlich da auch irgendwie eine Ausdrucksform gefunden hatte oder eine Möglichkeit gefunden hatte, meiner Liebe zur fränkischen Klettergeschichte Ausdruck zu verleihen. Also ich habe, ich habe dann den, den Dr. Fritz Güllich kennengelernt, den Vater von Wolfgang, der das übrigens für alle, die sagen, wir alten Kapitalisten Schweine hätten nur Kurt und Wolfgang ausgenutzt. Das war also wirklich Das ist das Thema, was du auf dem Rockblog auch hast, Commerz-Sau Nummer 1. Ja, genau, Commerz, aber wirklich, das war, also das, Also damit bist du auch konfrontiert worden. Ja, aber gut, das ist ja, ich meine, Neid. Das ist halt Business, ne? Ja, den kriegt man immer, wenn es läuft. Und das fand ich so toll, da mit dem Vater von Güllich zu tun zu haben, der das total großartig fand und ja, den das super fand, dem habe ich auch immer unsere Zeitschriften geschickt und so und das hat ihn echt total gefreut. Der fand praktisch auch genau das Poster, das er im Eingang war, wo sich Kurt und Wolfgang die Hände gingen. Der Oberklassiker. Ja. Witzigerweise übrigens, ich habe das Bild, ich habe, ich habe, ich habe, als wir noch ausbauten, habe ich den Balli eingeladen, den Thomas Ballenberger in die Halle, weil ich so meinte, Balli, ich würde echt alles dafür tun, wenn wir ein paar Bilder von dir aufhängen können und er wollte natürlich erstmal so ein bisschen wissen, was machen die Hayopas, der kam vorbei auf einen Kaffee und so und da habe ich gesagt, ey, das Handshake-Bild, das ist so geil und dann meinte er so, was für ein Bild? Ja, das ist mit dem Handshake und er wusste damals, zu dem Zeitpunkt, hat er ja schon total vergessen, dass er überhaupt dieses Bild gemacht hat und hat es dann nämlich auch selber nochmal wirklich richtig nachgezeichnet, weil er nämlich nur einen Print hat, der hatte überhaupt kein Negativ oder Dian mehr. Tatsächlich? Ja, ja, und hat es nochmal richtig nachgezeichnet und dafür uns aufbereitet, was halt einfach, ja, ich meine, das ist echt so der, wie soll man sagen, wie so ein archetypisches Bild von Bergkameradschaft, das kann man gar nicht anders sagen. Ja, von einer gewissen Zeit auch, ne? Ja, einfach. Und auch Reginen, Oberschellenbach und so meine Geschichten, die sich da drum ranken. Ja, einfach total geil und, naja, und ich hatte natürlich echt einen Riesenspaß dran, diese ganzen Videos zu machen und irgendwie, ja, zu verklickern, ey, wenn du, wenn du so stark werden willst wie Wolfgang Güllich, dann musst du einfach, dann musst du ins Kaffeekraft und dann gab es natürlich so lustige Sachen wie Sachi Amar, der japanische Superkletterer, der halt schon ein paar Mal nach Spanien geflogen war, um Fight or Flight zu probieren, die neuen B in Oleana, war nie hochgekommen und dann war er halt einmal vorher im Kaffeekraft und dann ist ein bisschen rumgeklettert, flog weiter nach Oleana und hat direkt geklettert und da habe ich da natürlich ein Video draus gemacht, so ist das halt, wenn man hier über die Türschwelle schreibt. Wenn du den Spirit spürst, wenn du das hast. Eben, es ist halt einfach, wer sich mit Quantenphysik beschäftigt, weiß, das ist nicht nur Spinnerei und eine der geilsten Sachen von internationaler Recognition war an einem eh total geilen Tag 2019, da war ich bei Jerry Moffat, weil ich einen Vortrag hatte in Sheffield und er meinte so, er hatte mir vorher versprochen, I will take you to the shittiest piece of limestone you have ever seen. Zum beschissensten Stück Kite ever. War das so? Wir sind, ach, das ging eigentlich, wir sind nach Stoney Middleton gefahren und früher einer seiner Trainingsplätze und wir parkten am Parkplatz und direkt neben uns, und zwar nicht abgesprochen, steigt Ron Fawcett aus dem Auto und Ron Fawcett, wer ihn nicht kennt, ist so eine Art Kurt Albert von England, also auch so ein alter Haudegen, er lebt Gott sei Dank noch und einfach auch ein total cooler Typ, auch so ein Riese, auch so ein bisschen lockig, du hast so ein bisschen wie der Kurt war und also wir reden echt 20 Sekunden und damals 2019, da war ich ja schon nicht mehr im Kaffeekraft und hatte ein Jahr zuvor zehn Vlog-Folgen mit der Miriam gemacht, den Gaming Craft Vlog und wir haben echt kaum Hallo gesagt und er hat mich halt erkannt als der Kaffeekraft-Typ und Vlog-Typ fragte mich, where is Miriam? I miss her. Miriam ist Miriam? Das war die Miriam Blättler, also das war meine Partnerin im Gaming Craft Vlog und da habe ich gedacht, ey, das ist schon der Hammer, dass jetzt der 68-jährige Ron Fawcett oder wie alt er da war, dass der jetzt ein Die-Hard-Fan vom Gaming Craft Vlog war, ist für mich einfach, ja, mega. Du machst wieder den perfekten Übergang, weil das hat ja auch dazu gehört, Gimme Craft, ja, das war ja auch etwas, ich glaube, das war auch ein Trainingsbuch, wir hatten das am Anfang, wir machen Klimmzüge, ja, und auf einmal habt ihr zusammen mit Patrick Matrosau, das einfach schon, und Dickie, Entschuldigung, das auch nochmal revolutioniert, also auf ein neues Level gehoben, die beiden haben da wirklich tolle Arbeit geleistet. Ja, also wir haben auf jeden Fall irgendwie gedacht, genau, wir hatten ein Video gemacht mit einem jungen Alexander Megos, wo das Witzige in dem Video ist, das gibt es auch bei YouTube, Schweiße ist Schwäche, die den Körper verlässt, dass die beiden Trainer oben ohne die ganze Zeit rumrennen, während der Schützling ein T-Shirt tragen muss, das ist irgendwie echt witzig, aber auf jeden Fall haben wir da gemerkt, boah, da war so eine Riesenresonanz, die haben da halt so ein paar Übungen demonstriert, da haben wir nämlich erst gesagt, ah, wir machen einfach so ein Mega-Trainings-Video, keine Ahnung, anderthalb Stunden lang, und ich weiß nicht, Entschuldigung, ich weiß nicht mehr, wer die Idee hatte, vielleicht war es ich, aber ich habe gesagt, ah, Buch ist doch irgendwie besser zum Rumblättern und so, und dann, genau, dann haben wir da zusammen ein Konzept entwickelt, dass es halt easy zugänglich sein sollte, und es wurde halt dadurch nochmal deutlich besser, dass der Alex, Hallo Alex, natürlich, also ich meine, was Besseres konnte er nicht machen, als im Jahr 2013, Estado Critico zur On-Seiten, die erste 9a, das war kurz bevor wir das Buch rausbrachten, und wir konnten halt sagen, naja, also quasi, wenn du auch 9a On-Seiten willst, dann, das ist der Weg, das ist der Weg, und das andere war halt, dass wir damals ein Sponsoring von Adidas hatten, und ganz viele Übungen in dem Buch, ja eben nicht von, ah, Karl, Karl Dall, performt werden, sondern von Fred Nicole, oder Sascha Di Julien, das sind ja, das sind ja einfach nur Promis in dem Buch, der Einarmige von Fred Nicole, glaube ich, der übrigens an dem Tag, das muss ich jetzt einfach mal erzählen, weil es so eine geile Story ist, ultra bocklos war, der war überhaupt nicht unfreundlich, aber wir haben so gesagt, er dachte, könntest du jetzt mal ein Muscle abmachen, einen Ring? Ja, das kann ich schon machen, aber ich habe keine Lust. Das war also wirklich, er war halt, er ist halt einfach ein Freigeist, er hat dann letztendlich doch noch eine Prüfung gemacht, aber wir waren irgendwie echt total konsterniert, weil er irgendwie, mit so einer Diva muss schon umgehen können. Ja, er war mit Bernd Zangel da, und der hat ihn so ein bisschen bequatscht, der Bernd, der war da deutlich zugänglicher. Ja. Ja, und ja, und diese Bücher, dann kam ja noch Gimme Craft Air, und dann kam das Mastermind mit Jerry, was die beste Arbeitsexperience aller Zeiten war, weil, also ich glaube, der Jerry war echt der letzte, wage ich zu behaupten, bei dem ich quasi noch hätte rote Ohren kriegen können, wenn ich ihn das erste Mal sah, weil er halt auch so ein, so ein super larger than life Idol von mir war, denn also der taucht natürlich auch in den 80ern im Rotpunkt auf und war einfach der Superstar irgendwie weltweit. The Face, Schellnick, Pfeiler, Stone Love, Stone Love, und einfach eine coole Sau, Rennwagen, Porsche Fun, und harte Partys, the real thing, das Video und so, und ich habe, ich habe ihm irgendwann, habe ich ihm nochmal ein Bild geschickt, von so einem Tagebuch, was ich hatte, es gibt ja so Tagebücher, wo man immer irgendwelche Fragen beantworten kann. Ja. Und, und da war zum Beispiel eine Frage, wie war die noch irgendwie so, Dinge, bei denen du vielleicht lieber aufgeben solltest, oder, oder Dinge, die du schon lange verfolgst, aber bei denen vielleicht irgendwie einfach die, ja, die Energie verpulvert wird, und da hatte ich nämlich irgendwie reingeschrieben, ach ja, vielleicht sollte ich es einfach aufgeben, zu hoffen, dass ich Jerry Moffat nochmal treffe, und das habe ich ihm irgendwann mal geschickt, und er meinte, glad that you didn't give up, weil sich das dann ja doch auf magische Art ergeben hat. Das hast du ihm auch geschrieben? Ja, ja. Also, dass du ihn wahrscheinlich nicht mehr treffen wirst? Nee, nee, ich hatte ihn dann später, als wir dann quasi uns gut kannten, da ist mir nochmal dieses Tagebuch begegnet, dieser Tagebuch-Eintrag, und da habe ich ihm das geschickt, und meinte so, ja, hier, 2013, da habe ich schon gedacht, ach komm, unsere Wege werden sich nicht kreuzen, aber dann irgendwie hat es sich doch ergeben, und das war, also das war echt, ja, das schönste Arbeitserlebnis, und überhaupt, nicht überhaupt Erlebnis, aber es war einfach total geil. Du erzählst mit einer wahnsinnigen Begeisterung über diese Erlebnisse und die Menschen, die du getroffen hast. Es gibt doch so viele tolle Menschen, und das Schöne ist ja vor allen Dingen immer, dass man, also ich glaube, dass viele richtig gute Ideen, die kommen oft nicht nur von einer Person her, sondern die entstehen oft, wenn irgendwie zwei sich treffen, und ja, wenn irgendwie die Ideen sich verschmelzen, also beim Jerry war es ja so, dass der irgendwie so ein bisschen auf Europatour war, weil er seine eigene Halle ein bisschen renovieren wollte, und natürlich ging er ins Café Kraft mal sehen, was ja so irre bekannt ist, und dann hatte ich ihm halt irgendwie, habe ich ihn direkt auf Knien empfangen und in die Füße geküsst, also ich muss, ohne Witz, ich muss mich da echt anstrengen, nicht so total devot und rückgratlos zu sein. Es ist ja auch aufregend. Ja, aber es gibt ja auch Leute, die können mit diesem Idolgedanken überhaupt nichts anfangen, denen ist es ja wie scheißegal, also, naja, auf jeden Fall habe ich ihm dann ja gesagt, Jerry, wenn du es irgendwie ermöglichen kannst, weil er war abends da, wenn du morgen früh nochmal Zeit hast, so 20 Minuten für ein Videointerview, ich wirklich, dann küsse ich dir wirklich die Füße, und das hat er dann, und dann kam er halt vorbei, und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, und ich meinte so, naja, jetzt lacht man ja eher so ein bisschen über das Training, was so in den 80ern abging, und das hat sich ja stark weiterentwickelt, und dann meinte er, ja, ja, beim körperlichen Training, da kann man das schon sagen, aber beim mentalen Training sieht er es total anders, weil da eigentlich noch ganz viel immer so ist wie damals, er hat sich ja sehr viel damit beschäftigt, und dann habe ich gesagt, du, wir haben schon Gimme Craft produziert, Gimme Craft Air machen wir gerade, wir können dann noch ein mentales Trainingsbuch machen, und dann meinte er so, I always wanted to make a book about it, und dann habe ich gesagt, ey, nur zu gerne, und habe dann aber gesagt, Hannes, du machst gar nichts, also eigentlich wäre es meine Art gewesen, den Typ jetzt hinzugehen, zehn Nachrichten am Tag, und Jerry, und ich habe echt, ich habe wirklich hier, Jerry, hier ist meine E-Mail-Adresse, sofort, und habe aber echt, also die Marien, die hat mich festbinden müssen, gucken mich neu, nicht irgendwie mich bei Jerry Milder, bitte, ja, und dann hat er mir eine E-Mail geschrieben, und meinte, coole Sache, let's do it, cool, und, ja, und war einfach, und wie der dann gearbeitet hat, also ich meine, der hat ja genug Geld, der muss, also der hat das nicht aus finanziellen Gründen gemacht, der ist gut versorgt, der Mann, aber wie, mit welcher, mit welchem Feuereifer, der da rangegangen ist, obwohl er es null nötig hat, da habe ich mir sofort gedacht, ja, kein Wunder, dass er der beste Kletterer der 80er war, weil er einfach sich 100% committed hat, und gleichzeitig, und das, dann höre ich auch schon auf, von Jerry zu schwärmen, meiner großen Liebe, weil, und weil er auch gleichzeitig total offen war, und nicht irgendwie einfach nur so, ah ja, ich bin ja auch allwissend, weil ich war ja mal der beste Kletterer der Welt, kann immer schon sein, also sozusagen die eigenen Erfolge einfach vorne ran stellen, genau, ich weiß es ja, und war super offen, sowohl, was das Design betraf, das hat die Marion gemacht, mega geil, da ist er, da war er echt, das war total anders, als er es erwartet, weil es halt alles andere als klassisch ist, aber er fand es mega geil, ich habe dann gesagt, komm, wir machen das sowas, wie die, wie die 36 Kammern, der, der Schorlin irgendwie, wir machen das, das sind tausend kleine Kappel, ah ja, stimmt, das ist auch ein cooler Gedanke, und, und das fand ich eigentlich, fand ich noch geiler, als sein, sein Mega-Eifer, mit welcher Offenheit er da rangegangen ist. Also das dann auch zu bewahren, zu sagen, okay, ich bleibe weiterhin offen, bin reflektiert, weil mentale Stärke, wie er schon sagt, da ist vielleicht das Ganze noch, ich will nicht sagen, in den Kinderschuhen, aber da glaube ich, gibt es noch viele, viele Möglichkeiten. Ich fand es auf jeden Fall, und dann hatten wir eben, das muss ich auch noch kurz erzählen, ich meine, sind wir eine Woche durch, durch, durch Katalonien mal gereist, um Chris zu interviewen, Chama, und den Adam Ondra war auch da, den haben wir auch getroffen, und sind halt den Rest der Zeit, also durch die Gegend gegondelt, wie so ein altes Ehepaar, haben in einem Bett geschlafen, Jerry hat mir immer Tee morgens ans Bett gebracht, und es war einfach, ich habe echt immer mal gedacht, I must be dreaming, weil es einfach, weil es auch einfach total lustig war, wie ich einmal morgens meinte, Jerry, ganz ehrlich, ich würde gern einmal, mit so einer fetten Rolex am Handgelenk, gern aus dem Bett aufstehen, und mich so richtig, wie so ein Millionär fühlen, und dann hat er mir halt seine Rolex gereicht, er hatte ja, glaube ich, diverse, und dann habe ich so gedacht, oh, das ist ja eiskalt, hat so ein riesen Metallteil, und so, ja, meines Ergüttemien, hat so seine schwitzige Achse gesteckt, um es zu wärmen, und irgendwie so haben wir diese ganze Woche verbracht, und es war einfach, es war schon auch immer viele lustige Momente, ja, mega, mega, also einmal hat er sich mit meinem Duschgel, die Zähne geputzt, und meinte, ey, ist das komisch, genau, und als er sich dann am nächsten Abend duschen wollte, hat er mich dann konsequent nach der Zahnpasta gefragt, und ja, hat er dann auch das Richtige gefunden, ja, und wie halt Engländer auch so sind, ich meine, gegen Engländer sind wir halt echt Humor, befreit, Humor befreit, oder zumindest ein drittes, in der Entwicklungsland, ja, das ist ja fast schon ein schönes Schlusswort, mehr an den Humor zu glauben, jetzt hast du mir viel Einblick gegeben, in dein Kletterleben, oder sogar in dein Leben und deine Entwicklung, was hat dir denn im Rückblick, beziehungsweise was gibt dir weiterhin, das Klettern, welchen Einfluss hat es in deinem Leben, was bedeutet es? Das habe ich mich auch schon oft gefragt, also ich glaube ja, dass jeder Mensch sich irgendwie, ja, oder dass es ein ganz tief innewohnender Wunsch eines Menschen ist, sich am Leben zu fühlen, also ich finde, das kann man tatsächlich auf Englisch irgendwie, schon wieder von mir aufstoßen, kann man besser auf Englisch sagen, dieses so feel alive irgendwie, und, ähm, richtig, wach und lebendig ist schon, ist schon auch was, ja, irgendwie, aber sich so zu spüren, und natürlich kann man sich auch spüren, also in der, zum Beispiel in dieser Lammenfabrik, von der ich am Anfang erzählt habe, da wo ich zwei Monate gearbeitet habe, da habe ich mich halt auch sehr gespürt, aber eben nicht in einer positiven Art und Weise, und, ähm, ja, und ich finde beim Klettern, da fühle ich mich eben am lebendigsten, und ich liebe absolut die, die Bewegung beim Klettern nach wie vor, also das finde ich, ist, ich kann total verstehen, wenn da jemand was überhaupt nicht mit anfangen kann, ich meine, ich habe auch andere Sportarten ausprobiert, dann habe ich mich gefühlt wie Falschgeld, und Klettern ist es halt einfach, und, oder ist es halt eben nicht, also das ist halt individuell, aber darüber hinaus waren es wirklich all diese Begegnungen, oder sind es diese Begegnungen, weil ich ja immer wieder auch beruflich neue Leute kennenlerne, zum Beispiel habe ich letztes Jahr mit, mit Anna Agudo, so einer Jugendspanerin, und ihrem Freund Simon, ähm, haben wir so ein paar Tage in Franken verbracht, weil ich die fotografieren sollte für ihren Sponsor, und diese Anna, 20 Jahre alt, ist einfach die Vollblutspanierin schlechthin, und immer Amuerte, die hat bei 33 Grad, hat die in die Löcher gemorscht von der Aktion, echt einfach, die hat die Aktion direkt probiert, die hat die Aktion direkt probiert, genau, und die war, wo ich echt dachte, ey, was für ein Geschenk, mit so tollen Typen hier irgendwie meine Zeit verbringen zu dürfen, und irgendwie, ja, hat es halt immer was mit Klettern zu tun, und, und mit den Menschen dahinter, und mit den, eben, mit den Menschen, und die, die halten auch das irgendwie so am, am Leben, und ja, irgendwie ist es offenbar der Platz, den das Universum für mich bestimmt hat, also ich habe es ja auch, hier war ich mal so ein bisschen auf dem Yoga-Trip, und habe so, ah ja, das ist jetzt, nee, und dann habe ich irgendwie total viel Yoga gemacht, mein halbes Jahr, ist auch schön und gut, mache ich immer noch, aber da habe ich gedacht, nee, nee, nur rein Lünde. Nee, weil irgendwie dieser, dieser Spruch von Jerry, den er mal in einem 80er-Jahre-Rotpunkt-Spruch sagt, den finde ich schon auch geil, da sagt er nämlich, ich wollte immer etwas tun, bei dem der ganze Körper vor Schmerz aufschreit, und ich trotzdem nicht loslasse, und das klingt zwar total masochistisch, ist es aber nicht, weil man dann nämlich durch den Kopf, der dann stärker ist, darüber hinweg geht, und einfach, ja, manchmal höhere Bewusstseinszustände erreicht. Okay. Gut. Kann man aber auch einfach durch Bier. Also, tatsächlich, Klettern ist die Möglichkeit, dich für höhere Bewusstseinszustände zu qualifizieren. Ja, definitiv. Also ich, jetzt mal ganz, sehr cool. Jetzt mal ganz ohne Ironie, also ich meine, die spirituelle Komponente des Kletterns, an der wird ja nur gekratzt. Ich finde, der Chris, der Schamer, der ist ja schon so ein bisschen aufgeschlossen, mit und auch mit Hilfe von bewusstseinserweiternden Substanzen, aber, also es ist ja auf jeden Fall eine ganz elementare Art, mit der Natur, dem Universum, in Verbindung zu treten, und natürlich bin ich immer noch heiß drauf, irgendwie, zumindest mal ab und zu eine 8a zu klettern, aber so, also wer das Klettern rein auf die Schwierigkeit beschränkt, der verpasst was. Der verpasst, würde ich sagen, 90 Prozent dessen, was irgendwie Klettern ausmachen kann, aber ich will auch keinem vorschreiben, wie er das Klettern zu erleben hat. Alles klar. Herzlichen Dank, Hannes. Es war mir eine Freude, ein Gespräch mit mir über doch einen, doch längeren Zeitraum tatsächlich zu führen. Ach du Scheiße. Ich habe nämlich, jetzt ohne Witz, ich habe gerade gedacht, ey, jetzt ist schon vorbei, aber das hatte ich auch. Derifferenz ist auch nie, ich habe jemals ja auch nicht, Ja, als erst ai bitte noch снова, ich bin doch froh Untertitelung des ZDF für funk, 2017